Herzlich Willkommen bei den Dice Actors! Es ist Folge 7! Es geht endlich weiter mit einem spannenden Cliffhanger letztes Mal. Bevor wir aber ins wirkliche Spiel starten, haben wir wie immer noch ein paar kleine Sachen zu besprechen. Ich übergebe an Christian Zeiger. Ja, danke. Damit unsere Runde für uns und für euch so magisch ist und bleibt, ist eine Sache nicht wegzudenken. Und das ist eine ansprechende musikalische Untermalung. Das hilft uns, tiefer in die Situation einzutauchen und macht unsere Welt ein bisschen farbenfroher und realistischer. Einige der Tracks, die ihr hier hört und schon gehört habt, hat uns der liebe Bartosch komponiert. An dieser Stelle also vielen lieben Dank an dich, Bartosch! Danke, Bartosch! Oh, jetzt bin ich viel tiefer in der Situation. Können wir das nochmal machen? Und ich gebe ab an... Rieke! Genau, denn ich möchte euch aufmerksam machen auf unseren Community Discord. Das haben wir bisher noch nicht getan. Wir haben einen extra Server erstellt, auf dem ihr Bilder teilen könnt. Ihr könnt über unsere Spielrunden quatschen. Ihr könnt Memes erstellen, gerne, bitte. Und ja, einfach über alles Mögliche plaudern, was D&D-bezogen ist und Dice Actors bezogen. Wo? Und ja, unsere Steady-Unterstützer wissen bereits, dass es diesen Discord gibt, denn es gibt da auch extra Ränge für unsere Unterstützer. Wo ist der Discord? In der Beschreibung! Ah! Unsere Steady-Seite ist für diejenigen, die uns ganz besonders unterstützen wollen, da danken wir euch ganz herzlich dafür, dass ihr das schon bereits getan habt. Ihr findet da ein paar tolle Sachen, die wir euch zurückgeben dafür, dass ihr uns helfen möchtet und unter die Arme greift, damit wir weiter solche tollen Episoden produzieren können und weiter in Taya herumstreiten können. Schaut da auch gerne mal rein. Das steht auch in der Videobeschreibung drin. Ansonsten, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, erzählt von den Dice Actors, damit noch mehr Leute unsere Episoden sehen können. Abonniert den Kanal, drückt hier auf Daumen hoch und schreibt uns gerne auch noch was unten rein. Feedback, was ihr toll fandet und auch gerne, was ihr nicht so toll fandet, damit wir es nächstes Mal besser machen können. Und jetzt starten wir endlich in die heutige Episode der Dice Actors. Tschüss. Tschüss. Das letzte Mal bei den Dice Actors. Unsere Helden fanden auf der Suche nach der Erzmagierin Perelina Feuerspey Zuflucht in einem Tabaxidorf, einem Volk von Katzenmenschen. Nach anfänglichen Kommunikationsproblemen erfuhren sie von einem gefährlichen Monster, einem Erdkoloss, das die Sinne einer Gruppe dieser Katzenwesen vernebelte und ihren Anführer verschleppte. Der einzige Person, die weiß, wie Perelina erreicht werden kann. Am Abend wandten Flint und Medrash sich Peler zu, was für einen Traum von Medrash sorgte. Er beichtete danach der Gruppe, seine magischen Kräfte durch einen Pakt mit einer unheimlichen, mächtigen Wesenheit erhalten zu haben. Die Kräfte sind ihm jetzt verwehrt. Nur mit einer Armbrust bewaffnet reisten er und die anderen zur Monsterhöhle, fanden allerdings nur noch tote Katzenwesen. In der hintersten Höhle stibitzte Perrin dann den Rucksack eines Tabaxi und warf einen Stein nach dem Erdkoloss. Würfelt bitte Initiative. Warum genau hast du das gemacht? Wie ist es aus, Perrin? 22. Wow! Das ist oben. Wahrscheinlich. Medrash? 10. 10. Und Flint? 19. 19, das ist sehr gut. Von? 9. 9. Und Eleni? Auch 10. Oh, okay. Okay. Ihr, da das Ganze in der Höhle stattfindet, könnt ihr mir gerade noch mal die, die draußen stehen, erzählen, wie ihr euch positioniert habt und wir schauen mal gerade, was wir da noch alles haben. Ich nehme an, dass Eleni sich dort hinter dem Baum versteckt. Natürlich. Hinter meinem Trugbild, dass ich das noch 18 Meter in Reicht hat. Hier ist ein Fels-Elementar, das ein Platzhalter ist für Elenis Trugbild von der Dame, die euch im Tabaxi-Dorf herumgeführt hat, der ihr gesprochen habt, was Eleni als lautloses Trugbild dorthin gestellt hatte. Medrash, wo willst du dich draußen positionieren? Ja, wahrscheinlich etwas hinter Flint. Also, ich stehe eigentlich perfekt. Dann fragen wir mal, wo Flint sich positioniert. Mittig. Also schon hier im Eingangsbereich? Ja. Okay, dann ist das ja gar nicht so verkehrt. Ja, das ist gut. So? Ja, finde ich gut. Gon hatte sich in eine Maus verwandelt. Ratte. In eine Ratte und ist hier als kleiner gelber Marker platziert. Ja, meine süße Ratte. In einem Gang. Und das hier ist der Gang, den ihr gegangen wart, um zum Erdkoloss zu kommen. Da ist Perrin irgendwo, aber weit ab von der Karte, weil der Gang ein bisschen länger ist. Und ist losgelaufen, richtig? Ja, ich habe geschmissen und bin gerannt. Okay. Dann läufst du und hörst hinter dir auch die schweren, schnellen Schritte dieses Erdkolosses. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich renne. Okay, du rennst bis zu dieser Vorhöhle wahrscheinlich. Oder willst du direkt raus? Ich renne, bis ich jemanden sehe, den ich sehe. Okay. Du rennst auf jeden Fall hier ganz nach vorne und siehst dann als erstes hier vorne die Tabaxi-Frau, aber du weißt ja von dem lautlosen Trugbild. Ja. Dann weiß ich ja, dass Eleni in der Nähe ist und sage, er kommt! Und kann ich schon was machen? Sag, was du machen willst. als du hier ankommst? Ich würde gern als Aktion Falschballier wirken. Okay, wo? Wirken. Warte, kann ich das? Ich muss das im Umkreis vor mir machen. Das heißt, ich würde das einfach jetzt... Wie groß ist der Durchmesser? Der Durchmesser ist neun Meter. Radius, Durchmesser? Radius. Neun Meter? Das ist riesig. Das erste Mal auf neun Meter oder näher an die Geschosse ran. Also ja, Radius. Riesig. Okay. Das heißt, du hast 18 Meter Durchmesser. Das ist richtig, ja. Das ist ja riesig. Ja. Da sind zwölf Felder. Das ist wahrscheinlich der Marker hier, ne? Der Größere müsste denn... Der größere, ne? Neun, 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 Theyun, neun, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht sind das nur. Acht Felder sind zwölf. Haul, habe ich zwölf gesagt? Nee, ich habe 18 gesagt. Alter, das ist die ganze Höhle. Ja, dann würde ich das gerne eigentlich so schön mittig platzieren. Ja, dann kannst du das auf jeden Fall hier platzieren. Das würde ich gerne machen. Ich mache da keinen Marker für, weil es ist die ganze Höhle. Also zuerst sage ich, Halt, Stopp! Und werfe vier Bolzen auf den Boden, die dann da reingehen und nehme alle meine Freunde aus aus diesem Zauber, das geht. Und genau, würde falsch bei dir wirken. Okay, das löst dann viermal aus, weil du vier da rein. Okay, dann rammst du vier Bolzen in den Boden hier an dieser Stelle und läufst dann noch wohin? Ich sehe ja, dass die da draußen sind. Wo geht es denn da hinten lang? Das sind alles weitere Tunnel, die genauso aussehen wie dieser hier, nur halt ohne die Blutspur. Ist der Erdkuloss direkt hinter mir? Sieht der mich? Du hörst ihn, aber der ist wahrscheinlich noch zwei Kurven weiter. Der ist wahrscheinlich noch in dieser mittleren Höhle. Dann würde ich mich vielleicht ums Eck verstecken in einem Ding. Das tust du sogar. Ja, genau. Ich würde in die Höhle gehen, eine weiter zu Gon. Das tust du sogar. Ja, ich gehe da bitte hin. Ich gehe da bitte hin. Und dann rufe ich noch, er kommt! Ich bin fertig. Okay. Dann ist Flint dran. Du positionierst dich da weiter. Oder es kommt. Vielleicht ist es ja eine Sie. Perrin! Hier geht's raus! Perrin! Was hat er denn da gemacht? Bereit mich vor. Okay. Möchtest du irgendwie versuchen, eine Aktion zu halten? Sobald du den Erdkuloss siehst, tust du irgendwas? Ich würde mich nur bereit machen. Also, mich so ein bisschen vorbereiten, aber nichts in den Fernkampf oder sonst irgendwas planen. Eleni, bleib dort hinten. Willst du dich verstecken? Ja! Dann mach mal. Ähm, 21. 21 zum Verstecken. Sehr gut. Und dann darf Medrasch sich auch noch besonders vorbereiten auf die direkte Ankunft. Ich lade hektisch meine Armenbrust. Wie ging das nochmal? Nein, du musst... Lass mich! Und er bleibt da einfach stehen. Okay. Und Gon als Härte? Ich würde mich auch... Ich verstecke mich auch in der Höhle, in der ich bin. Okay. Dann darfst du mir auch eine... eine Versteckenprobe geben. Vier. Vier Verstecken? Bei so einem kleinen Wesen. Ja. Die hat auch eine... Die hat auch noch gerechnet. Kriegt der einen Bonus drauf als Ratte? Ich habe ihn so schnell nicht gefunden, als ich eben geguckt habe. Aber ich glaube... Ist der schnell? Die Spinne? Ja, die Ratte nicht. Schauen. Schnell. M-m. M-m. Nö. Letztes Mal ist Krokodil. Das ist nicht von Bartosch, aber Bartosch macht ganz andere, richtig schöne Musik. Ratte hat echt keinen Bonus auf Schleichen, leider. Ist aber ein sehr kleines Tier, von daher gebe ich dem auf jeden Fall einen Bonus. Ich bin ja praktisch ein Fels in der Höhe... Man sieht mich ja gar nicht. Graue Ratte auf grauem Fels. Okay. Aber eine Vier! Dann kommt dieses Viech hier den Gang entlang gepoltert und kriegt ungefähr hier dann ein paar... Oh, einen Bolzen. Einen Bolzen, aber es muss einen Geschicklich... Warte, einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Alles klar. 16. Ja, es funktioniert. Okay, dann kriegt er gar keinen Schaden? Nein. Das ist aber schade. Ja. Und ein Bolzen fliegt vorbei. Nur ein Bolzen, ja. Das heißt, es sind noch drei Bolzen. Einer von den Vieren löst sich hier aus dem Boden und fliegt da rüber und kann er nicht ganz anwesend sein. Er fliegt über der Schulter vorbei, hinten in den Gang hinein und dann peutert es weiter hier rüber und schaut sich erstmal um. Damit ist der Zug von dem vorbei. Perrin ist dran. Ach du meine Güte. Ich möchte nur kurz ums Eck luren und Jägersinne drauf wirken, damit ich die ganzen Immunitäten und Empfindlichkeiten und Resistenzen herausfinde. Okay, dieses Wesen hat keine Empfindlichkeiten, keine Resistenzen, keine Immunität. Dann wirke ich nur noch meine Jagdbeute drauf. Oh, das war mal ein bisschen zu beschreiben. Du beobachtest dieses Wesen, überlegst, wie du es am besten jagen und besiegen könntest und siehst keine besonderen Empfindlichkeiten. Zwischen den Panzerplatten siehst du jetzt nicht, ist man da wahrscheinlich besser mit Stichstatten. Nein, sowas. Aus deiner Erfahrung sagt es dir, dieses Wesen muss auf ganz profane Weise besiegt werden. Dann wirke ich noch Jagdbeute drauf und hoffe weiterhin, dass es mich nicht sieht. Alles klar. Äh, Jagdbeute. Den Ring-Ring hier aufmachen. Den Ring-Ring. Den Ring-Ring. Ring-Rose. Und da ist eine Jagdbeute. Was ist denn da zu lachen? Ist auch nicht. Finde ich halt lustig. Oh. So. Wenigstens eine. Das nicht. Ähm. Du siehst das Wesen jetzt gerade dort hervorstapfen und sich umschauen. Bin ich Captain Obvious und sage, äh, da ist er! Oder es oder was auch immer. Äh, keine Macht gleich Gottes Licht, wirke, ähm, Schild des Glaubens. Mhm. Wieder meine schöne Kugel, die sich um mich herum bildet und renne auf dieses Viech zu. Alles klar. Dann hast du Konzentration. Du kämpfst sogar ran, wenn du willst. Ja, bis vorne ran. Ja. Ja. Gut. Tust du noch was? Du hast noch eine Aktion. Gern drauf fahren. Los geht's! Mit einer 24 zum Treffen. Wow. Okay. Und mit dem W6 noch sechs. Also acht. Acht Schaden. Alles klar. Okay. Du machst deine goldene Aureole an und läufst nach vorne. Ähm, bringst den, äh, deinen Streitkorben auf diesen Chitin-Panzer, der dadurch ein bisschen ein, äh, reißt, so ein bisschen knackst, äh, runter. Ähm, und du merkst aber, dass irgendwie ist es seltsam, deine, deine Waffe zu führen. Die macht sich so ein bisschen selbstständig und auch dein Schild zieht so ein bisschen an dir und dann, dein Körper. Dann ist der Lenny dran. Kann ich da reinschießen, so? Äh, du kannst da tatsächlich von da aus reinschießen. Dann möchte ich aber noch genaues Zielen machen, damit ich Vorteil habe auf meinen Akten. Hast du schon, du bist versteckt. Habe ich schon? Ach ja, ja, stimmt, ja. Ich bin ja versteckt. 18 zum Treffen. Äh, das trifft. Gut. Habe ich jetzt meinen hinterhältigen Angriff? Ja. Das ist ja schön. Äh. Was würfelt denn der gerade? 16. Was würfelt denn der gerade? 16? 16, okay. Du lässt dein, lässt dein Pfeil los, ähm, direkt auf die Stelle, wo die Fühler herauswachsen, um eine besonders empfindliche Stelle vielleicht zu treffen und der Kopf dreht sich zu dir rüber von dem Erdkoloss und der Pfeil wird langsamer, bleibt hier stehen, dreht sich um und fliegt in deine Richtung zurück. Trifft dich eine 13? Nein. Okay. Dann kannst du gerade so darunter ausweichen. Ich bin versteckt unter perfekt gezielt. Was will das hier? In die Richtung, wo der Pfeil herkam. Schau. Wow. Cool. Wir haben das Ding zurück. Was soll das? Dass wir jetzt drei Fernkämpfer haben, die genau so Schaden machen. Ich habe es auch gedacht, als ich vorhin noch mal überlegt hatte, oh, er hat ja jetzt eine Armbrust. Schade. Ähm. Da ich nicht genau zielen muss, habe ich noch eine Aktion, ne? Ja. Äh, eine, ja. Bonusaktion und Bewegung. Ich spurte da rein, so ein bisschen. Aber wohin? Ich habe es noch nicht benutzt hier. Warte mal. Kämst du bis da? Als normale Aktion. Du kannst noch mal laufen, ne? Ich möchte noch mal laufen, aber an der Felswand lang rein. Danke. Bist du dort? Ja. Alles klar. Gut. Dann ist Medrash dran. Wer das gesehen hat, dass der Pfeil wieder rausflog. Er flog hier. Du siehst das Wesen ja kaum. Er flog hier nur rein und flog wieder raus. Äh. Ja. Eleni, ich zeig dir mal, wie das geht. Stell mich hier hin, genau. Und, äh, schieß du selbst mit der Armbrust. Alles klar. Gib ihm. Ja. Das kann ich also gleich sein lassen. Das ist eine Eins. Was soll ich sagen? Man weiß nie. Du zeigst dir mal, wie das geht. Lest deinen Bolzen, der, äh, dann, äh, hier oben in der, in der Decke, irgendwie an dieser Stelle zwei Meter vor Flint. Brrrr. Oben der Felswand einschlägt. Äh, Block. Das war Absicht. Tust du noch was? Äh, ich, ähm, gehe wieder die paar Schritte zurück. Was? Feigel. Gut, dann ist Gond. Rattengon dran. Ich drehe, verdrehe erst mal meine Rattenaugen, als ich sehe, dass Flint auf das Vieh zurennt. Und will dann einfach nur weg. Das heißt, ich würde, nee, ich würde es nicht, mache es sogar, da in Richtung Perrenrennen mit all meiner Bewegung, die ich habe. Mhm. Und hoffen, dass das Vieh mich nicht sieht. Scheinbar hat es mich nicht gesehen. So, gerne zu Perren, hinter Perren. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Wie weit du? Ja. Toll. Und da. Ist ja sehr klein. Ich bin schnipsig und verwandle mich zurück in mein droidisches Selbst. Okay, dann polterst du so ein bisschen in das nächste Feld hier rein. Ah! Hi! Ah, du bist du. Hi! Ja, kann ich, das kann ich, kann... Hm. Ich glaube, es kostet eine... Du kannst auch hier raus, wenn du willst. Nee, das ist... Von dort aus, wo ich stehe, kann ich da noch um die Ecke gucken? Also sehe ich das Vieh und Flint noch? Also ich sehe sowieso nichts, weil es da dunkel drin ist, ne? Ja, der Bereich ist schwach beleuchtet, diese Vorhülle. Also du sagst, ich sehe nichts von dort aus, ne? Das Vieh ich nicht, Flint noch. Dann geht mir doch wieder ein Feld dahin, wo ich noch sehe. Musst du dahin. Hier konntest du als kleines Tier noch sein, aber da dann nicht mehr. Ich gehe doch nicht dahin. Du plopst hier raus. Das ist doch... Perfekt! Gut. Zwei Stunden später. Vielleicht auch aufs andere Feld. Nee, man muss sich ja, wenn die Ratte so klein ist... Fertig. Gut. Dann darf der Koloss endlich agieren. Ich melde schon mal meine Reaktion an, für den Fall, dass du mich angreifst. Er wirft die ganze Zeit. Huch, Spoiler. Äh, der Koloss sieht euch alle anrennen oder vorbeirennen, ähm... Ich brauche dir hier. Flint, du bist direkt vor diesem Wesen mit diesen riesigen, äh, Hauern hier vorne, Fresswerkzeugen und dann kleineren, äh, Zähnen, die so grünes Sabber runtertropfen lassen und die, ähm, ja, blauen, bläulichen Augen, die jetzt aufleuchten und, ähm, euch alle boshaft anschauen und macht dann, äh, Angriffe auf dich. Möchtest du meine Reaktion benutzen gleich? Ja, und zwar? Also die, die mir mein Schild gewährt. Ah! Deine Rüstung meinst du? Äh, meine Rüstung, genau. Erstmal macht er einen Angriff auf dich. Ja. Erstmal der Clown-Angriff wäre eine, äh, eine 21 zum Triffen. Äh, trifft nicht. Sehr gut. Ho, 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 danke, Pelo. Der zweite Angriff ist leider eine 24 dann. Oh. Jetzt wird's eng. Mhm. Das sind die Clown-Angriffe. Der macht 6 Heapschaden. Und du? Äh, meine Konzentration bleibt wahrscheinlich mit einer 16 bestehen. Und machst deine Reaktion? Und die Reaktion mach ich auch noch. Das sind 6 Feuerschaden. Okay. Dann, äh, darfst du das gleich mal beschreiben. Als, äh, erst mal dieses Erdkoloss den ersten Clown-Angriff macht, den du mit dem Schild zurückstoßt. Und dann kommt aber die zweite Clown von der Seite und rammt in deine Rüstung, äh, in die Seite herein. Ah! Und im gleichen Moment stößt aus meiner Rüstung heraus so ein Feuerschwall diesem Viech entgegen und verbrennt, ja, wahrscheinlich genau... Die Klaue, die dich gerade getroffen hatte. Das kannst du... Mit gleißenden Flammen. Und dann reißt die Clown wieder zurück. Immer? Wenn immer ich möchte. Das ist eine lange Geschichte. Äh, ich hab wie viel Schaden bekommen, Paddor? Ähm... 6? Hab ich das richtig verstanden? Ja, nur 6. Oh, nur 6. Nur 6. Und, ähm, dann versucht er dich noch zu treten. Bitte? Und, ähm... Aha. Oh, nee. Was? Ja. Und, äh, hebst du den Fuß und, ähm, tritt damit einmal in deine Richtung mit einer 16. Ah, ah. Okay, dann nochmal bitte einen Stärkerrettungswurf. 12. 12. Okay. Du, ähm, kannst mit deinem Schild diesen, diesen Tritt abwehren und den Schaden davon auffangen. Aber du merkst, dass du nach hinten gestoßen wirst, durch, äh, wirst durch dein Schild, was, ja, eigentlich stärker als dieser Stoß in deine Richtung gedrückt wird und dich nach hinten schiebt. Und auch deine, deine Rüstung und dein, dein Streitkolben in deiner Hand wackeln und du nach hinten gedrückt wirst. Ein Fade. Okay. Ja. Perrin ist da. Ja, schön. Ähm, kann ich von da auf den schießen? Das kannst du. Dann, ähm, mach ich das. 11. 11 zum Treffen reicht leider nicht. Ja, aber dann schieße ich doch gleich nochmal hinterher. Mit einer 25. Perrin, super Armbrust. Trifft der Zweite auf jeden Fall. Ja, und dann wirke ich meinen bevorzugten Gegner noch auf den Kollegen. Um schön Schaden zu machen, um schön Schaden zu machen. 14 Stichschaden. 14 Stichschaden. Alles klar. Ähm, du legst mit deinem, mit deiner Armbrust an, schießt den ersten, der auf den Chitinpanzer so ein bisschen abgeleitet, kling, und den zweiten direkt auf den Kopf in die Fresswerkzeuge und der wird, ähm, zu deinem, zu deiner Verwundung auch so ein bisschen abgelenkt und landet dann hier so an der Seite. Okay. Trifft aber trotzdem und lässt dort so ein bisschen grünliche Eiterflüssigkeit heraustropfen. If it bleeds, you can kill it. Okay. Okay, ähm, du, Flint, spürst dieses Vibrieren deiner, deiner Waffen und deiner Rüstung weiter und gibst nur nochmal einen Stärkerettungswurf. Uäh. 18. Okay. Dann, ähm, kannst du dich gegen den Stoß, der von diesem Wesen ausgeht, nochmal gegenhalten und gegendrücken, um nicht noch weiter weggedrückt zu werden. Und dann bist du dran. What? Ähm, irgendwas stimmt hier nicht. Und lauf wieder hin. Mhm. Schritt vor und ruf da. Okay. Schau rauf. Ah, äh, ich brauch noch einen Geschicklichkeitsrettungswurf, Rettungswurf nach dem Ende deines letzten Zubes, bitte. Ja. Äh, fünf. Äh, dann kriegst du ein W6 Schaden von mir, mein Freund. Hm, als ein Walder Bolzen aus dem Bogen. Zwei. Ja, genau. Okay. Okay, zwei Schaden. Äh, ich nehm's. In den Bauch dieses Wesens. Gut. Flinz Zug. Eine 22 zum Treffen. Das trifft. Finde ich gut. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht. War ich nicht. Ach, steht das. Das hat keiner gehört. Es ist auf. Ja, äh. Okay, ähm. Drei. Zum Treffen? Ne, Treffen. Treffen hast du ja. Genau. Drei Schaden. Drei Schaden. Ja, komm mal hin. So, super. Äh, ja. Ein weiterer Streitkolbenangriff. Ähm, wo du nochmal irgendwie fester zugreifst und dann den Streitkolben mit Entschlossenheit wieder auf die gleiche Stelle haust, wo du schon einmal raufgeschlagen hast. Und es splittert so ein bisschen was von dem Panzer ab. Weitere Ideen? Ne, erstmal nicht. Gut, dann ist Eleni dran. Wenn Perrin trifft, schaffe ich das auch. Okay. Hey. Mal mit genauem Zielen? Ja. 18 zum Treffen? Das trifft. Okay. Ist jetzt hinterher dich, ne? Muss ich trotzdem bleiben. Mhm. Weil du genau gezielt hast. Und weil auch noch ein Verbündeter in der Nähe steht. Auch noch. Einer ist daneben. Ich nehme es trotzdem. Es ist nur 5. Elf. Elf. Elf insgesamt? Ja. Okay. Gut. Du ziehst diesmal den anderen Fühler. Vielleicht wird das ja besser funktionieren. Fliegt los und schlägt hier in diese Fühlerwurzel ein und bleibt dort stecken. Geht doch. Dann ist ein Hedrasch dran. Ähm. Ich bewege mich wieder hier drüben hin, um in Reichweiter zu sein. Du bist so ein König, Mann. Pelor, höre mich an. Oh. Oh. Sag mir deine Kraft. Und versuche es einfach nochmal mit der Armbrust. Ja, das ist ne 21. Das trifft. Na, wunderbar. Hat Pelor dich auch nicht? Ich sag ja. Dann, ähm. Das bestärkt ihn jetzt noch mehr. Scheiße. Entschuldigung, das ist nochmal so fies. Ja, das ist ne 3. Das sind 3 Schaden. Ja. Immerhin hast du getroffen. Genau das sag ich auch. Immerhin hab ich getroffen. Beiseite ist alles. So mal. Nachgeladen. Aber Pelor. Und schließt den Bolzen einmal quer an Flint vorbei. Und es schlägt auch hier in die Hüfte. Zwischen zwei Panzerplatten schlägt so ein Bolzen ein. Sehr schön. Gut. Dann, äh, verziehe ich mich auch wieder. Vor und zurück. Ja, okay, gone. Ich rufe, was stimmt denn nicht Flint? Dann laufe ich dieses eine unfassbar sichtbare Feld da nach vorne. Nehme meinen Stab in beide Hände, stampfe ihn auf und schreie, zieh dich zu, Schlinge. Weil ich ja meine Zaubersprüche kenne. Mhm. Und wirke aber so, dass es nur den Erdkuloss trifft und nicht Flint verstricken in dem 6 Meter Quadrat. Ja. Ich brauch jetzt von dir einen Stärke-Rettungswurf. Das sind 18. Fuck it. Der ist recht stark leider. Ja, das, äh, dann, 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 dann zieh ich mich wieder zurück. Was macht ihr denn immer? Ich kriege jetzt eine, eine Zone von, von Pflanzen, als du den Stab nach unten bringst und komm hervor aus dem, aus dem, aus dem Steinboden und von den Seiten. Dann kommen Ranken heraus und, ähm, greifen die Arme und Fresswerkzeuge von diesem Koloss. Und Flint, du siehst es direkt, dass es sich einmal schüttelt und die Ranken abgerissen werden. Und Gon sich wieder zurückzieht. Tschüss. Bedrasch Junior. Die gehören zusammen. Die gehören zusammen. Ja. Und ich hab meine Magie noch. Oh, ey. Pilo, Pilo, Pilo. Dann ist dieses Viech dran, ähm, und, ja, versuch das dann nochmal mit, äh, mit einem leckeren Klauenangriff auf Flint. Ich verstehe mal Klauen. Ich melde schon mal meine Reaktion an. Ich kann es mir vergleichen. Nur, dass du es schon mal, du merkst, es ist einmal 12 zum Treffen. Nein. Und eine 10 zum Treffen. Nein. Dann versuch der, dich nochmal zu treten. Ja. Auch nur noch 12. Nein. Wirklich schlecht. Okay, du machst trotzdem deinen stärkerer Rettungswurf. Achso, ja. Nee. Zwei Klauenangriffe, die du mit deinem Schild abwärst. Und dann kommt der Tritt, den du auch abblockst und wieder das Vibrieren merkst. Nächstes Mal, äh, zwei Felder nach hinten gestoßen wirst und, äh, umfällst. Weil du dich nicht richtig halten kannst und dort auf dem Boden liegst. Aber es brennt noch für einen Schaden. Das ist okay. Aus dem, äh, beim Umstoßen noch die gleißenden Flammen auf den Fuß dieses Kolosses rüberbringst. Da hast du was entdeckt. Meine Konzentration muss ich jetzt nicht nochmal prüfen, ne? Das ist auch unbegrenzt benutzbar. Das ist halt geil. Muss ich, muss ich prüfen, ob meine Konzentration erhalten bleibt? Ähm, ja, tatsächlich durchs Umfallen, ja. Ja, okay. Zehn oder mehr? Neun. Dann verließ du leider deinen Schritt des Glaubens. Beim Runterputzen, äh, elisch die, äh, die Aureole, dass du dir den, den Kopf so ein bisschen aufstoßt beim Runterfallen. Ähm, Geschicklichkeitsrettungswurf, wenn du fertig bist. Ähm, jo. Macht er. Und zwar eine 12. Haha, auf eine 13. Hm. Nochmal zwei Schaden. Mühsam. Nerd ist sich. Okay. Äh, dann bist du auch selber wieder dran, Perrin. Coolio Schmulio, äh... Perrin, gib mir mal bitte einen Charisma-Rettungswurf. Charisma? Charisma? Hab ich. Zwei. Würfel mal dann einen wie acht, bitte. Sieben. Alles klar. Warum mach ich mir selber jetzt den Schaden? Nein, das war kein Schadenswurf. Ist das meine Intelligenz, die jetzt weggeht? Jetzt ist er ganz schön. Lass mich, lass mich mal, lass mich dich mal noch ein bisschen mehr würfeln. Ähm. Ich... Mach mal, mach mal einen Angriffswurf mit deinem, mit deiner Armbrust. Oh nein. 18. Mhm. Und Schaden? Plus mein... Sieben? Ganz normaler, einfacher Schaden. Ja. Waffenschaden. Ja. Nur der Waffenschaden. Also nicht plus drei. Doch. Ja, dann sieben. Okay. Ähm, ja. Du, ähm, blickst rüber zu diesem Koloss und, äh, erblickst dir jetzt die leuchtenden Augen. Und, ähm, spürst eine kurze Verwirrung, versuchst es abzuschütteln und besinnst dich dann wieder und zielst wieder auf dieses Erdkoloss-Viech und schießt einen Beuzen ab und, ähm, gone. Perrin dreht sich zu dir um und schießt dir in den Bauch. Für sieben Schaden. Äh, Entschuldigung, ich weiß nicht, was grad passiert ist. Ah! Ich wollte eigentlich das machen und ziele auf den Erdkoloss und schieß nochmal. Äh, das kannst du tun, ja. Okay. Äh, stopp, nein, kannst du nicht. Was? Was? Ne, damit ist deine Aktion verbraucht. Du darfst dich immer noch bewegen, wenn du willst. Oder eine Bonusaktion machen. Lass mich mal kurz, kurz überlegen. Das ist wie asozial. Ich war richtig asozial. Boah, fies. Ähm. Ich kann 15 Felder weit schießen. Lass mich mal kurz gucken. Du musst auch Konzentration, äh, würfeln. Gone. Mach ich gleich Sekunde, ich zieh mir nur ganz schnell meinen Nebenraum. Zehn. Äh, ich gehe bitte, um Gon und mich zu schützen, hier ums Eck. Entschuldigung. Und lauf in die nächste Höhle. Und lauf in die nächste Höhle. Alles klar. Und, ähm, bin fertig. Gut. Anscheinend. Dann, ähm, warum muss das Charisma sein? Äh, äh, dann gibt mir Flint nochmal einen stärker Rettungswurf. Er liegt doch schon. Ja. Net 20. Oh, sehr gut. Dann, äh, liegst du am Boden, spielst weiter dieses Vibrieren und, ähm, hältst dich so ein bisschen am, ähm, am, am, am Boden fest. Äh, wirst so ein bisschen geschoben, aber kannst dich dort an der Position halten. Du hast das Gefühl, du wirst irgendwie von diesem Koloss weggedrückt. Ja, tatsächlich. Ich habe mich so langsam, habe ich das Gefühl, ja. Und dann bist du selber dran. Verdammt. Keine Macht gleich Gottes Licht. Wirke nochmal Schild des Glaubens. Stehe auf. Mhm. Und rufe zu Gon rüber. Irgendetwas beeinflusst uns. Wir werden verändert. Unsere Bewegungen werden verändert. Wir werden weggestoßen. Ähm, laufe wieder zu diesem Koloss hin und hau wieder drauf. Mit einer Net 20. Nice. Die Gewichte unten bei der 1 funktionieren. So, unter dem Tisch die Magneten. Mit 10. 10 Schaden. 10 Schaden, sehr stark. Okay. Die Stelle, die du mehrfach bearbeitet hast, schlägst du jetzt durch und da, wo der Kolben reinkommt, spritzt das grüne Eiterzeug heraus. Bisschen landet auch auf deiner Handpanzerung. Yummy. Ja. Eklig, aber wirksam. Ein Satz, den man auch nicht so häufig hört. Okay. Ähm, Medrash ist noch nicht dran, aber du hörst hinter dir. Oh, jetzt höre ich nicht. Nee. Unsichtbaren Ficker. Nein, hör auf. Du wolltest ja nicht reinkommen zu uns. Und Eleni ist dran. Hat er dich schief angeguckt, Perrin? Und ich versuche nochmal genau zu zielen. Diesmal, ja, auf die Augen, wenn ich Glück habe. Und eine 20 vielleicht kriegen oder so. Ja! Ja, ich habe wirklich eine 20. So krass. Was ist das hier denn los? So, 27 dann zum Treffen. Mhm. Trifft. Das bedeutet, ich darf alles doppelt machen. Richtig? Das dauert jetzt, Leute. Wie viele Würfel brauchst du? Ich brauche noch drei Sechser. Hier. Danke schön. Hat er, der war ja. Aber warte, ja, hier. Hast du die noch nicht? Hast du kein Big Bag of Dice für sowas? Nee, und ich brauche noch zwei... Zwei Achter. Zwei Achter. Nee, einen Achter. Nee, ich habe ja zwei Achter. Das ist gut, alles gut. Ahaha! Den nochmal würfel, würde ich sagen. Was ist los? Das waren zu viele. Ihr dürft halt nicht so viele würfeln. Ihr wisst nicht, wie das ist. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Ihr Ergebnis wird berechnet. Mathematik. Nicht reden. 10, 12, 31, 32, 32, 33, 33, 33. 36. What? Das reflektiert ist wie jetzt. Ich lasse auf. Oha. Zieht es genau in das Auge herein. Vielleicht passt das. In das Auge herein. Das rechte Auge. und lässt den Bolzen losfliegen und kurz davor wird leicht abgelenkt und landet in der Stelle, wo der Bolzen von Medrasch drin sitzt. Tiefer rein! Und das stürzt so ein bisschen vorne über und raffelt sich wieder auf. Hat aber schon einiges an Bunden eingesteckt. Ähm, Medrasch, du bist dran. Ich höre Schritte hinter mir. Hier. Darf ich irgendwas würfeln, um zu wissen, wie weit sie von mir entfernt sind? Um das irgendwie für mich zu erfassen. Du kannst versuchen, das deutlicher wahrzunehmen als Aktion. Dann darfst du auf Wahrnehmung würfeln. Aber dann verliere ich eine Aktion. Dann verlierst du deine Aktion, ja. Dann sag ich dir aber genauere Informationen. Du kannst aber noch mal so ein Bolzen versenken, irgendwo. Ähm, dann mach ich das. Mhm, dann gib mir einen Wahrnehmungshof. Ähm, elf. Reigt nicht, um genaueres auszumachen, aber du merkst es auf jeden Fall zwischen den Bäumen, diese Schritte. Okay. Warte, warte, das ist da zwischen den Bäumen und er sieht es nicht. Na, sie sind unsichtbar. Sie sind unsichtbar. Hab ich doch gesagt, die unsichtbar sind. Oh, fuck, die besser. Aber mein Trugbild ist noch da. Das wird helfen. Vielleicht. Die legen sich doch nicht mit den... Medrasch, noch bewegen. ...dackis an. Ja, stimmt. Ähm, nö, ich bleib da sogar stehen. Alles klar. Gon. Was du nicht sagst, hier stimmt was nicht. Perrin? Ähm, kurze Frage, du hast mich gezwungen, einen Charisma-Wurf oder irgendwas zu machen? Nein. Hast du nicht gesagt, ich soll was werfen? Gon, du musst mir auch noch mal einen Wurf geben. Achso, Konzentration war das. Konzentration? Ja. Was würfel ich denn dann? Ähm, Konstitutions-Rettungswurf. Das wäre eine 17. Okay. Hab ich vorhin gewürfelt. Ist okay? Dann behältst du deine Konzentration für die Schlingen, die sowieso nichts tun. Haha! Ich trete wieder, ich trete wieder ins Licht, ne? Aber nicht viel, nur so ein bisschen, dass ich das Ding sehen kann. Okay. Wehe, es macht irgendwas. Ähm. Gib mir mal ein Charisma-Rettungswurf. Das ist doch nicht dein Ernst. Zehn? Ja, dann, äh, ja komm, wie acht, ne? Mhm. Ich hätte mir nicht durchlesen sollen. Ist das richtig? Ja. Zwei. Zwei. Okay. Du, ähm, läufst raus und bereitest dich vor, eine weitere Aktion zu machen, siehst, ähm, die leuchtenden Augen dieses Kolosses und, ähm, bist gefangen genommen von, von diesem, von diesem Leuchten und, äh, so schnell vergehen sechs Sekunden, ohne dass du was tust. Äh, fertig. Es ist voll gemeint, ich blute aus der Bauchhöhle. Ich stehe vor diesem Ding und bin verträumt. Da ist der Koloss dran. Ähm, der tritt als erstes einmal Flint. Reaktion ist angemeldet. Oh, das sind wir zwölf gewesen. Macht doch nichts. Oh, okay, äh, sechsundzwanzig zum Treffen. Ja, ja. Dann bekommst du einmal sieben Wuchtschaden und dein Stärkerettungswurf, bitte. Eine siebzehn. Okay. Dann, ähm, wirst du nicht weggestoßen, gestoßen, aber dein Feuer wolltest du noch machen, Vier. Weitere gleißende Flammen, die aus dem, äh, die den Fuß dieses Erdkolosses wieder äh, hochsteigen und dann äh, stapft es vorbei an dir. Du kippst nicht um, sehr gut. Und verlässt meinen Nahkampfbereich. Äh, verlässt deinen Kampfbereich. Ja. Du hast aber leider schon eine Reaktion gemacht. Das ist der Nachteil der Reaktion. Äh, läuft da rüber und macht dann Klauenangriffe auf Eleni. Schild. Eine, ähm, siebzehn zum Treffen. Schild. Okay. Und der zweite Angriff ist eine zwölf zum Treffen. Ja, dann einmal Schild. Gut. Was ist deine Geste dafür? Was machst du, um das Schild hochzufahren? Ja, die Klaue kommt runter und landet wieder auf der gleißenden Kuppel, die sich über dir bildet. Zwei Klauenangriffe und staubbert wieder ein bisschen zurück. Mhm. Und damit ist es fertig. Geschicklichkeitsrettungsruf, mein Freund. Ist der letzte, ne? Ja, ist der letzte. Okay. Muss ich aber gut anfühlen. 17, leider. Ja, gut. Ich habe immer einen Vier-Schaden damit genutzt. Wow. Gut. Gut. Ja, fliegt wieder als Beuzen vorbei in den Gang dahinten und damit endet ein Fallspalier. Ähm. Perrin ist dran. Ja. Gebt mir bitte einen Charisma-Rettungswurf. Ey, das ist so ein mieses Ding. 20, also natürlich schon, mein Freund. Sehr gut. Puh, mein Bauch ist... Jetzt macht es Viech nämlich was ich will, oder? Genau, so funktioniert es. Äh, ja, nicht mit mir, nicht noch einmal. Ich greif dich an. Mhm. Mit einer 27. Trifft. Hm, äh, 18, 13, 16. Okay. Äh, lässt den ersten Bolzen los, fliegt in die Richtung und der rechte Fühler wackelt so ein bisschen und der Bolzen bleibt wieder stehen und fliegt in deine Richtung rüber und versucht, dich mit einer zwölf zu treffen. Nein. Das ist mein Bolzen. Kriegst du wieder. Kann ich den Bolzen, ist der bei mir? Der ist hier hinter dir umgefallen. Lebt der noch? Weil dann würde ich den holen und sagen, der soll in dir. Dann hole ich den bitte, mach den in meine Armbrust rein und... I'll allow it. Sehr gut. Der soll in dir rein und treffe ihn mit einer 25. Jawohl. Nice. Der hat ja den Schaden nicht bekommen, aber ich darf trotzdem meine Bonuswürfel nicht mehr würfeln, weil ich ja zweimal getroffen habe, oder? Ach so, ja, richtig. Okay, also nur... Zehn Schaden bitte. Nur zehn Schaden. Okay, das ist der zweite, den du dann nachsetzt und der trifft jetzt endlich keine Abwandlung wieder dieses Schusses. So. Ich bin fertig. Okay. Dann dürfen Eleni und Gon mir mal bitte einen stärkeren Rettungswurf geben. Aha. Elf. Fünfzehn. Okay. Wackelt wieder mit den Fühlern und Eleni, du wirst... du spürst ein Wackeln so ein bisschen deiner deiner Rüstungsteile und an deinem Gürtel zieht es so ein bisschen und auch dann der Pfeil, den du auf der Sehne hast, der schiebt dich so ein bisschen zurück und du hast ein Feld nach hinten geschoben. Und Gon, du kannst dich... Ich habe kein Metall am Körper. Du hast kein Metall am Körper? Doch, die Sichel. Ja, aber du kannst dich dementsprechend frei dagegen halten. Ach, warum? Was du schon wieder erkannt hast. Er hat doch gesagt, die Rüstungsteile. Achso, ich habe nicht drauf geahnt. Ja, es sind magnetische Kräfte. Jetzt ist es raus. Da fiel mal, als ich hier rüber guckte, ach, er ist ja ein Druide. Ich stehe halt so da so, ne? Jetzt war es. Er hat gar kein Metall. Alles handcrafted wood. Und Flint ist drin. Hey, stehenbleiben! Und renne hinterher. Hinter dem Davongelaufenen. Stehen gebleibt. Stehen gebleibt. Renne, renne und werfe mich mit meinem Streitkolben so mit Schmackes mal auf ihn drauf. Leider nicht geflankt, weil Lengi weggeschubst wurde. Ja, wäre jetzt auch nichts. Also es wäre jetzt schön gewesen. Das ist eine 6. Okay, 6 zum Treffen reicht leider nicht. Du merkst, dass hinten die Panzerung noch unbeschädigt ist und versuchst da anzusetzen, kannst aber nicht durch die Panzerung schlagen. Ähm, verdammt. Pelor, kämpf an meiner Seite! Und ich wirke Waffe des Glaubens als Bonusaktion. Die, ähm, direkt vor Eleni oder schräg über Eleni auch. Ja, ja, ich erklär's ja nur so lang. Das ist eine Waffe des Glaubensdrucken. Und aussieht wie eine kleine Gewitterwolke, die so Blitze runterzucken lässt. Und mit der würde ich gleich noch angreifen. Mit der Gewitterwolke? Mit der Gewitterwolke. Ja, klar. Und ich war mit... Das ist nice. Das ist nice. Das ist nice. Das scheint so ein Wölkchen und es kommen kleine Blitzfünkchen raus. Aber ja, die tänzeln so ein bisschen. Das ist leichtes Kribbeln, wenn du es berührst. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich fasse den Koloss an. Was spür ich? Pelor, kämpf an meiner Seite. Jetzt das Ding an. Pelor hört hier in der Leitung mit Medrash. Ist besetzt. Damit bist du wahrscheinlich fertig. Genau, danke. Okay. Medrash, hinter dir hörst du. Du bist noch nicht dran. Aber du hörst. Und siehst dann auch. Oh. Ähm, wie die Luft wabert und direkt neben dir Green erscheinen. Zwei reichen jetzt aber auch, ne? Zwei sind geflohen, oder? Da kommt noch was. Die haben Verstärkung geholt. Der Sohn von dem Jägertypen. Okay, aber ich bin dran, ja? Nein. Verdammt. Ich fürchte, ich bin dran. Wir haben mehr Initiative als du. Du hast also Planes. Jetzt kommt der Lainy danach und Medrash. Aber erstmal sind die Green dran. Was glücklicherweise auch, außer, ja gut, auch Gon und Flint werden das auch sehen. Aber du weißt ja nicht mal, dass da hinten was passiert. Und die machen sich dort sichtbar. Und der mittlere hier zeigt auf dich. Du hast ja auch gerade in die Richtung geguckt. Und aus seinem Mund mit den seltsamen, ja auch fast Fresswerkzeugen wie dieses andere Monster, bist du ein Geklicker und Geklacker. Und schreit. Beute. Meint ihr dieses große Fieder? Fort. Und läuft hier vorbei. Ach, das ist aber nett. Darf ich noch etwas rufen? Klar. Ich glaube, das ist die Beute des Green-Star. Lass die doch ruhig machen. Okay, Eleni ist dran. Du hörst das. Und sie ist hier tatsächlich jetzt Green anlaufen. Ich habe eine Frage zum genauen Zielen. Das geht nur mit dem Bogen? Nein. Das geht mit jeder Löffel. Ich habe dazu gerade nichts gefunden, deswegen weiß ich es nicht. Hast du Sigil dabei? Ja, aber nicht hier, hier. Also draußen. Ist nicht schlimm. Ich bin aber nicht mehr im Nahkampf. Ich wurde ja zurückgedrückt. Das heißt, ich würde es trotzdem mit dem Bogen nochmal versuchen. Und ich schieße trotzdem weiter auf das Vieh, weil mir egal ist, dass die da kommen. Mit genauen Zielen? Ach, das sieht nicht gut aus. Mit einer 13 zum Treffen? Das trifft leider nicht. Die haben mich abgelenkt. Was wollen die denn jetzt hier? Lässt einen Pfeil los und fliegt zwischen den Fühlern hindurch. Und bleibst dann da, weil du genau bezieht hast. Ja. Medrash, du bist dran. Ja, tu was. Lass dir Zeit. Ähm. Lass dir keine Zeit. Ja. Du hast nur sechs Sekunden. Okay. Ähm. Ich wirke Feuerodem auf die Queens. Ist klar. Nicht Feuerodem. Blitzodem. Also dein Drachenodem. Mein Drachenodem. Genau. Das kannst du machen. Ja. Das ist in einem Kegel, oder? Ja. 4,5 Meter. Ja. Sollte alle erreichen. Alle drei. Ja, lass dich zu. Mathematik. Ja, dann machen die was? Ähm. 12 wahrscheinlich. Ähm. Genau. Und zwar ein Geschicklichkeitsrettungssport. Der erste hat es verkackt. Der zweite hat es geschafft wahrscheinlich. Und der dritte wahrscheinlich auch. Ähm. Ja, mit der 19 hat er es wahrscheinlich auch geschafft. Okay. Gut. Aber der erste hat es verkackt. Immerhin. Ah, toll. Aber die kriegen ja halben Schaden wenigstens dann, wenn sie es geschafft haben. Ja, genau. Dann machst du deinen Schaden? Äh, genau. Äh, wo ist der? Ja, okay. Oh, 8. 8. Okay. 8 voller Schaden auf den hier und auf die hier 4. Ja. Genau. Ich kurz aufschreiben, dann geht es weiter. Was ist mit der Katze, die da noch steht? Die kriegt keinen Schaden. Katze eigentlich wirklich MVP so, hallo. Ich nehme auch an, ist das Konzentration? Ein lautloses Tugbild? Ne, ist es glaube ich nicht. Warte. Musst du mal nachgucken. Ähm, ist aber wahrscheinlich egal. Du siehst ja eh unnützt, willst du was damit sagen? Lass deine Blitze hier herausfahren. Lass das Leuchten in deinem Maul erstarken und reiß dein Maul auf. Und es kommt ein Kamm aus Blitzen, kriecht rüber und trifft alle drei von diesen Wesen in den Rücken. Und die sind hier ganz besonders. Die so kurz zappeln, sich dann wieder bereit machen. Als hab ich niemals euer Freund wär. Oh Gott. Bin ich immer noch benommen? Du gibst mir mal bitte ein Kasparit. Ich hätte nicht fragen dürfen. 13. Ach schade, hab ich geschafft. Ne, gib mir mal wie 8. 13 reicht nicht. Ich würde es wirklich nicht fragen sollen. Ja, wir wollen ja richtig spielen. Zwei. War das nicht das, was ich eben auch hatte? Zwei. Nein. Eben hattest du... Le im Kopf hatte ich eben. Hast du jetzt auch. Le. Das ist eine ähnliche Sache wie eben. Steht nur rum. Genau. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich stehe wirklich nur rum. Ja, keine Aktion. Dann mach ich diesmal. Tu es nichts. I'm sorry. Dann kommt das Kolossviech wieder. Und hat ja auch wieder jetzt nur einen Nahkampf. Der tritt nach hinten. Auf Flynn. Ist doch kein Pferd. Ist ein Eins. Sag ich doch, ist doch kein Pferd. Sieht nicht, wo du bist. Tritt einfach nur nach hinten und du machst so einen Schritt zur Seite. Dann stoppt es einen Schritt nach vorne. Ey, nicht mit meiner Waffe, ne? Schenk ich in deine Waffe rein quasi. Und greift noch mal, greift nach Eleni und versucht, dich zu packen. Oh, jetzt will sie mal kuscheln. Machen wir mal bitte einen Athletik- oder Akrobatikwurf. Gegen 21. Ha. Äh. Äh. Warte, Akrobatik nehme ich hier, ne? 23. Oh, okay. Sehr gut. Versucht er, dich mit seinen Klauen zu greifen. Und du duxt dich schnell drunter weg und machst so einen Schritt zurück. Und dann schüttet das nur in den Kopf und haut noch mal natt. Ja, ich glaube. Mit einer 18 zum Treffen. Schild. Ich mach wieder so. Okay. Du bist unverwundbar. Das ist halt echt so. Jetzt nicht mehr. Alles klar. Damit bist du raus aus der Sache. Und Perrin macht einen Charismat-Auswurf. 15? Was machen wir? Acht. Mann. Es geht 15. Was? Ja, aber dann hab ich's doch geschafft. Wenn ich's treffe, hab ich's geschafft. Das ist, ich hab so einen Dreher im Kopf immer mit so einem Scheiß, ne? Komm, ich hab's geschafft. Das ist doch das Gleiche wie mit der Rüstungsklasse. Wenn 15 gewirkt wird, wenn ich 15 hab. Ich weiß das nicht. Ich bin kein DM. Wir kommen da immer durcheinander. Bitte warten Sie. Das Regelwerk ist sehr komplex. Wir kommen da immer durcheinander. Es ist so weird. Wir müssen, glaube ich, eine Sonderregelung machen für, wenn's gleich ist. Die da alles trumpft. Also, warum ist das so? Also, wenn du, wenn du einen Zauber machst, zum Beispiel. Ja. Der einen Rettungswurf fordert. Ja, dann ist getroffen, ist geschafft. War immer so. Getroffen ist geschafft, ne? Ja. Und höher auch. Ja. Also, gleich und höher ist geschafft. Egal, machen wir jetzt mal so. Ich muss es, ich muss mich dann echt nochmal. Das ist so seltsam. Man hat manchmal so eine, so eine komische Wirrung im Kopf, ne? Okay. Nur alles dafür, damit ich nicht sinnlos in der Gegend rumstehen muss. Das ist okay, wir machen das jetzt so. Okay, gut. Ähm. Nein, die Queeren wollen nicht das Ding jagen, sondern mich! Und, ähm. Weil ich nichts Besseres zu tun habe, schieß ich trotzdem auf den Koloss. Mhm. Mit einer. Äh, äh, 22? Das trifft. Ja. Oh, hör auf! Hör einfach auf! 16. Okay. Du ziehst wieder auf den Kopf des Wesens, äh, lässt einen Bolzen los und denkst dich, diesmal muss das klappen. Und, ähm, merkst, dass der, dass der Bolzen so ein bisschen wackelt und dann direkt in den Hals einschlägt. Besser ist es. Äh, und dann, äh, schieße ich nochmal. Okay. Mit einer 19. Das trifft. Geil. Acht nochmal oben drauf. Direkt hinterher geschossen und acht. Schaden nochmal drauf. Zwei Bolzen. Direkt in die ähnlichen Stellen. Am Hals. Ähm. Und dort spritzt es, äh, der Eiter auch wieder heraus und landet auf Elenys, äh, Schenkelrüstung. Äh, die altbekannte Schenkelrüstung. So meine Schenkelrüstung. Halschenkel, Leder, Teile, wie auch immer das. Ähm. Ich bin damit fertig. Okay. Elengi und Flint, bitte einen Stärkerettungswurf. Lass die Fühler wieder wackeln. Zwölf. Zwölf. Zwölf und zwei. Okay. Werdet beide, ähm, nach hinten geschubst. Schuh, schuh. Zwölf und zwei. Mhm. Dann fällst du leider wieder um. Sommer. Schlägst dir wieder den Kopf an, machst du einen Stärkerettungswurf bei dir. Ach. Warum fall ich nicht um? Wenn du nicht ganz so verkackt hast. Ich hab doch die zwei. Ich hab doch die zwei. Ach, du hast die zwei? Deswegen bin ich so irritiert. Ah, ich dachte, zwölf und zwei. Nee, dann fall ich wohl um. Gern geschehen, Flint. Ach so. Upsi! Und ich bleib zum Glück konzentriert. Du bist aber mit Brossen nicht irritiert. Dann fällst du wohl um. Ich bin nicht sicher. Da ist, ähm, bei dem, bei dem Zauber ist, ähm, ist ein Kopf abgebildet. Okay. Der Kater. Das ist ein Konzentrationskonzentrations. Machen wir zwei. Ja, war. Für vorhin noch. Äh, Konstitution, ne? Super wichtige Katze, die da steht. Das ist super wichtig. Konstitution ist es, oder? Ja. Einmal eine fünf. Sechs. Okay. Okay, ja, dann. Und eine zwanzig. Schade. Das versteht die Katze. Also in Bayern würden wir sagen, der Kass ist Bissen. Also Biss es rum. Aber hübsch war es. Sehr schön. Ja. Es ist nicht schön, wie unchaotisch und toll wir diesen Kampf durchführen. Okay. Entschuldigung. Ähm. Ne, ich bin ja schuld. Äh, das war das. Dann ist Flint jetzt dran. Alex, ich bin doch dein Lieblingsspieler, oder? Na klar. Erlaubst du mir, dass ich meinen Streitkolben so lockerlässig einmal hochwerfe, dann einen Zauber wirke und ihn versuche wieder zu fangen? Kannst du dann versuchen, ja? Okay. Die haben mir gerade noch gefehlt. Ich gucke diese drei Creeds an und ähm... Von da? Es siehst, ich kann die sehen. Zwei siehst du von da. Okay. Erlaubst du mir, dass ich einen Schritt vorgehe, dann meinen Streitkolben... Ach so, ich habe verwechselt. Wer liegt denn da am Boden? Eleni? Ja. Ach so. Okay, sorry. Nevermind. Ähm. Werfe meine Streitkolben so lockerflockig hoch. Ähm. Siehe die an, strecke meine Hand aus, rufe Strahlende Dreifaltigkeit richte und wirke sengender Strahl auf alle drei, also jeweils einen Angriff. Darf, dass du mich nicht trifft? Kann ich nicht. Die sind, die sind hier, Sniper. Und fange jetzt an, sie anzugreifen. Wenn du den gleich wieder fängst, ne? Bitte? Wenn du den gleich wieder fängst. Ja. Mein rechts zuerst, okay? Willst du nicht eins, zwei, drei machen? Okay, dann mache ich eins, zwei, drei, wie du es gesagt hast. Das ist eine 18 zum Treffen. Ja. Das ist eine 22 zum Treffen. Das ist eine 23 zum Treffen. Wow, Alter. Ein 2x6 für jeden. Jetzt kommt mir der Hammer auf den Kopf. Außer du willst es abharsten. Bitte? Auf Grad 2 wahrscheinlich. Hier kann keiner. Auf Grad 2. Na gut. Wow. Ein 2 für jeden. Muss ich das, für jeden 1, 2? Okay, Nummer 1 bekommt 8 Schaden. Mhm. Nummer 2 bekommt 9 Schaden. Mhm. Nummer 3 bekommt 5 Schaden. Alles klar. Crazy gut. Und jetzt fange ich das Ding nach. Ja, gib mir mal einen, hast du Übung auf Akrobatik? Äh, nee, sorry, auf Auftreten. Auf Auftreten habe ich keine Übung, ne? Okay, dann gib mir einen ganz normalen Wurf auf Geschicklichkeit. Beeindruckt uns. Eine. Nein. Acht. Okay. Du hast hier hochgebrochen. Oh, wie glücklich der ist. Lässt deine Strahlen heraus und guckst dann, äh, klang, 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 landet auf dem Boden. Das war mal ein geiler Versuch. Äh. Egal, äh. Ich kann ja noch als Bonusaktion, kann der meine Waffe des Glaubens noch angreifen. Das stimmt. Ja. Die, die Wolke. Richtig. Mit einer 7. Ist hier reingesteppt in die Wolke und die, ähm, blitzelt weiter über die, blitzelt weiter über den Körper des, äh, Erdkolosses und, äh, keine Wirkung. Ich hab nicht mehr Aktionen, oder? Ich kann nichts mehr machen. Ich könnte mich jetzt noch mal bücken, das Ding aufheben, aber kann ich nicht, oder? Gut. Die, ne. Die, Kreen, alle getroffen von den Feuerstrahlen, ähm, visieren dich jetzt an. Laufen rüber zu dir. So chaotisch wie der Kampf, es geht einer drauf, an uns, nicht von mir. Und der dreht sich rüber zu Metrisch. Äh. Äh. Die hauen beide auf dich. Wer mit Vorteil? Ja. Beute. Ich glücke als Reaktion, schützendes Flackern. Ist klar. Geht für den ersten Angriff, ne? Ja. Okay. Dann macht die Eins einen ersten Angriff mit Nachteil, aber mit Vorteil. Also ist das eine einfache 16 zum Treffen? Nee. Gut. Dann macht die den, macht der den zweiten Angriff mit seiner Waffe. Mit der Zweiklingen. Ich hab zwei Mal das Gleiche geworfen, also eine 14. Dann kommt der andere mit Vorteil mit einer Natural 20 drin. Vielleicht. Der zweite Angriff ist eine Natural 19, würde also auch treffen. Das heißt, kommt, ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht was, aber ich muss erstmal ein bisschen rechnen hier. Der erste Angriff macht 16 Hiebschaden. Der zweite Angriff macht 8 Hiebschaden. Von der Nummer 2 hier hinten. Das schützende Flackern gegen den ersten Kreen loslässt. Und dann der zweite von hinten mit beiden Seiten dich in den Rücken trifft. Und damit sind die da unten fertig und der vor Midrash stellt sich bedrohlich vor dir auf, macht aber nix. Und dann ist der Leni dran, danach Midrash. Ich benutze die halbe Bewegungsrat, um aufzustehen. Vier und halb Meter, ja. Ja. Jetzt kann ich mich, aber jetzt kann ich nicht mehr genau zielen. Das stimmt. Wenn ich jetzt einfach auf ihn zurenne und ihm mit einem Dolch ein Auge ausstechen möchte, versuche ich mal. Okay. Kannst du machen. Du lässt den Bogen dann fallen und ziehst ihn durch. Ja. Okay. Bogen fallen, ziehst ihn durch, läufst nach vorne und greifst ihn an. Okay. 14. 14. Reicht nicht, um genau anzusetzen. Dann lässt du den Bogen fallen, ziehst diesen Dolch raus, der komplett aus Metall besteht und einen Handschutz hat und machst den Rückgriff, dass er hier unten rauskommt und springst nach vorne, um das Auge zu treffen, landest aber hier nur so am Kiefer und machst so einen Kratzer in die Rüstung rein, aber kannst keinen wirklichen Schaden machen, stehst jetzt davor. Ich gehe wieder ein paar Schritte zurück zu meinem Bogen. Dann haut er dich. Ja, soll er machen. Gut. Dann klauen Angriff auf dich mit einer 22. Ja, trifft, aber ich mache unglaubliches Ausweichen. Okay. Das sind sieben Hiebschaden, also dann nur drei. Das war... So, dann kannst du einen Schritt noch zurück. Ja, kann ich nicht machen. Hast du eine Bonusaktion gemacht? Nein. Ich glaube nicht. Nein. Dann möchte ich... mit der Bonusaktion... Jetzt sprichst du Queen mit uns. Mein Bogen wieder aufheben. Das kannst du nicht, du bist ein Dieb. Diebe können das? Diebe haben schnelle Hände. Dann kann ich ja nur noch... Nee, dann mache ich aber nichts. Ich will ja da bleiben, bei meinem Bogen. Okay, dann bleibst du da. Also du kannst noch einen Schritt Bonusaktion machen, dann bist du auf deinem Bogen. Okay. Da, wo du vorhin standest und ihn fallen gelassen hast. Okay. Miedrisch. Ja, ja. Ich habe dich im Blickfeld. Wo sind die? Darf ich einmal haben? Den, die Kollegen? Ja, klar. Ja, danke schön. Wenn ich hier stehe, hier. Wenn du da stündest, ja. Dann steht der und der in einem 4,5 Meter Radius. Radius? Ja. Ja, das ja. Also, genau. Im Kreis mit 4,5 Meter Radius? Ja. Tun sie, täten sie, ja. Ja, das ist doch wunderbar. Um dich herum, meinst du? Ja, genau. Dann stelle ich mich genau da hin. Ja. Dann wird der zuschli. Und speile noch einmal meinen Odem. Ich weiß, ich werde von dem getroffen. Aber das ist ein Kegel. Das ist nicht im Umkreis um dich. In einem Kegel? Ja, ich straße nach vorne. Das ist eher so ein 45 Grad Winkel. Ach, deswegen. Ich habe an einen Kegel gedacht. Okay. Ja, ja. Ein Kegel von oben. Ja, ein Kegel von oben. Genau, ja, ja. Ein Kreis. Dann musst du hochspringen. Dann geht das vielleicht. Nee, dann, nee, das ist ja blöd. Dann, spring, 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 spring. Noch leben wir, Leute. Ja. Wisst ihr was? Ich spring. Dann mache ich das tatsächlich. Und hoffentlich zur Überraschung aller, kommen auf einmal aus meinem Rücken Flügel. Hä? Was? Ja. Auf ganz magische Weise kommen da auf einmal Flügel aus meinem Rücken. Spektrale, durchscheinende, bläulich schimmernde Flügel. Richtig. Drachenflügel. Drachenflügel. Und dann schwebe ich eben. Jetzt kann ich drauf vorbereiten. Warte. Das finde ich gut. Hast du ihm das gesagt? Was dachtest du denn? Wie hoch? Und ich dachte, ich kann. Wie hoch? Ich habe nur springen gesagt. Ich wusste ja nicht, dass er das kann. Das habe ich mir gar nicht notiert. Deine normale Bewegungsrate kannst du dich bewegen in alle Richtungen jetzt. Ah, okay. Na, das ist ja wunderbar. Dann... Aber du willst wahrscheinlich 4,5 Meter hier hoch. Ja, dann mache ich nämlich genau diesen Kegel. Ja. Gut. Dann fliegst du hier hoch. Ja. Vor den Höhleneingang. Und dann kann ich einen 4,5 Meter. Kostet das deine Aktion, dich zu verwandeln? Wahrscheinlich schon. Ja, tut es das? Ich weiß nicht. Das habe ich tatsächlich nirgendwo notiert. Ich gehe davon aus, dass es eine Aktion kostet. Okay. Na gut, dann mache ich es dann in der nächsten Runde. Fliegst du da hoch? Der wird so oder so dann einen Gelegenheitsangriff auf dich machen hier. Zwar nach oben, aber als du über den Rümer fliegst. Ist er noch ein Nachteil? Nee. Schade. Mit einer 19 zum Treffen. Die trifft. Dann kriegst du 12 Hiebschaden. Was? Als er einmal deine Beine slicet, als du über ihn rüberfliegst. Übertreibt er. Und entfernt er. Junge, übertreib mich. Und ja, dann da oben stehst. Und Gon ist dran. Darf ich überhaupt was machen? Oder passiert jetzt wieder irgendwas, dass ich nur da stehe? Fragt doch nicht. Nein, ich finde das sehr gut, dass du fragst. Weil ich es auch immer vergesse. Weil es auch bei Flint und Lainey hätte passieren müssen. Na sagen wir mal, der ist auf mich fokussiert. Ich wollte gerade sagen, wir sind die Einzigen, die Charisma-Rettungshürfe machen müssen. Weil ich es immer vergesse. Weil ich es immer vergesse. Naja, das hat das Vieh halt vergessen. Das ist auch beschäftigt gerade. Ja, ist ja richtig. Geil. Dafür, dass es so lieb ist. Ja. Ja, die nutze ich auch direkt, die du mir gegeben hast. Nein, nein, nein. Zwei war es. Ha, 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 ne 19. Ja, wunderbar. Also das sind dann 21. Mhm. So. Ich bin... Mähdrasch? Egal, vielleicht kann ich ihn ja blenden. Und wirke Feenfeuer auf den Erdkoloss. Mit Favor auf seine Augen. Mhm, Geschwindigkeitsrettungswurf ist ein 12. Warte, ich muss noch was dazu. Funkel hell und wirbel mit meinem Stab so. Was hast du, eine 12? Wusch. Ja. Möchtest du den Kreen auch noch mit reintun? Ja. Okay. Der hat eine 11. Auch weg. Ja. Wir sind beide jetzt mit Feenfeuer benetzt. Ich bestehe darauf, bei allem was ich durchmachen musste, dass dieses... dieses Ding, das um die Augen geblendet bekommt. Das ist okay. Ups. Sehr gut. Sehr gut. Was heißt Feenfeuer nochmal? Dass alle Vorteilswürfe auf Angriffe haben. Auch die Kreen wahrscheinlich. Ja. Also jeder, der damit belegt ist, auf den wird mit Vorteil angegriffen. Genau. I love it. Yes. Dann ziehe ich mich noch ein bisschen in die Höhle zurück da, nicht? So, oder noch weiter? Äh, da, perfekt. Irgendwas vergessen? Nein, ich gebe ab an meine Freunde. Alles klar, dann ist der Große dran. Interessiert ist nicht, was hinter ihm los ist, der Staff war da nach vorne. Puff. 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 Zwei Clown-Angriffe. Äh, da ist einmal eine Eins dabei und eine 18. Die 18 trifft? Mhm. Sind auch, glaube ich, wo ist der Modifikator? Nee, sind es nicht. Sind elf Schaden. Auch wenn ich unglaublich ausweiche? Elf Schaden. Nee, da sind es fünf. Danke. Kriegst du das schon alles so zurecht geschoben? Genau, mit der Klaue und dann will der dich aber natürlich auch noch mal treten. Natürlich. Mit einer 27. Boah, ich bin Matsch. Ja. Dann darfst du einen Stärkerettungswurf machen und kriegst auch sechs Wuchtschaden. 17 Stärkerettungswurf. Okay, das ist sehr gut. Wie viel Wuchtschaden? Äh, sechs hab ich gesagt. Krieg ich aber auch nicht halbiert, ne? Weil ausweichen geht nur einmal und das zählt nicht. Okay. Genau. Kannst dich aber gegen das Wegstoßen retten. Und dann ist Perrin dran und mach mal ein Charisma-Rettungswurf. Hab ich Vorteil, weil Feenfeuer um den drum ist? Leider nein. Boah, ne. Also hat es nichts gemacht, dass ich den geblendet habe? Ah, ne eins. Oh, ho, ho, ho. Wie ich mich über eine Eins freue. Ja, ne zwölf. Okay. Dann gehen wir acht wieder, um zu gucken, was passiert. Acht. Dann. Ist leider auch deine Aktion verwirkt. Immerhin schießt du auf keinen. Ich fahr das gleiche übers Gorn. Was passiert hier? Ja, in deinem Kopf scheint der Kampf vorbei zu sein. Ja. Und ich schaue das schöne Feenfeuer an. Ist voll gut so schön. Ja, ist voll gut so schön. Okay. Dann brauche ich aber von Eleni und Perrin einen stärker Rettungswurf. Neun. Siebzehn. Siebzehn. Du hast es geschafft. Du nicht. Du wirst nach hinten geschubst und fällst zu Boden. Als du auch natürlich metallene Teile an dir hast und auch in deine Rüstung verarbeitet sind und du wackelst und nach hinten stolperst und nach hinten umfällst. Ach so, ich habe generell Metallsache. Dann ist Flint dran. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken muss. Passiert zu viel. Vor mir fliegt der Typ plötzlich in der Luft. Also der Fairness halber, muss er jetzt langsam mal einen Charisma-Rettungswurf machen? Er ist nicht in Reichweite. Sorry. Er ist jetzt nicht mehr in Reichweite. Sorry. So einfach geht das? Das ist ärgerlich, ne? Das ist super ärgerlich. Medrashtu du. Du fliegst? Äh. Na gut. Ich drehe mich um zu dem, der mich jetzt anleuchtet von hinten. Und hau drauf. Anleuchtet? Ach so, von Feentreuer. Von Feentreuer. Mich anleuchtet. Ja. Mit Vorteil, ne? Ja. Oh Gott, das ist eine Wanne eins. Das andere ist eine 18. Also es ist eine 23. Zum Treffen. Das trifft. Wunderbar. Und das sind immerhin vier Schaden. Mhm. Lohnt sich. Noch was? Ähm, meine heilige Wörfer des Glaubens dürfte den noch. Der hätte ich ja auch ziemlich heftig getroffen vorhin, ne? Konzentration. Mhm. Ja. Hattest du, hab ich dir nicht mal so einen Konzentrationsmarker gegeben auch, den du auf deine Hitpoints legen kannst? Ja, bestimmt. Mh, mh, mh. Hast du es nicht geschafft? Ne. Du hast doch ja gesagt. Ich hatte Hoffnung. Ne, ja war eine Eins. Das war so ein ironisches, ironisches. Ja. Mehr als, genau. Ähm. Und ich... Das Schild des Glaubens ist beendet. Kann nix mehr. Ne, Waffe des Glaubens. Du kannst die Waffe des... Deine Glaubenswaffe, die bei dem Koloss immer noch in Reichweite ist, kann es jetzt zum dritten Mal versuchen und endlich Blitze schleudern vielleicht. Als Bonusaktion. Auch mit Vorteil? Nein. Doch. Ja. Vorteil? Ja. Ich dachte gerade wegen Flanking, nein, Feenfeuer. Nur 17. Okay. Das trifft leider nicht. Trifft leider nicht? Also die Wolke war eine super Idee, aber die Blitze funkeln leider nur so an den Feenfeuern. Ah, es sieht verdammt gut aus. Weil es sieht super aus. Es ist verdammt gut aus. Er leuchtet die Höhle dort hinten in der Ecke. Aber es macht leider keinen Schaden. Und die Green sind dran. Hier oben knackt dir nochmal entgegen. Und wirft mit den unteren zwei Armen jetzt zwei Wurfgeschosse auf die Zunge. Och ja. Come on. Das ist einmal eine 9 und eine 18. Ja, einer trifft. Okay. Dann bekommst du sieben Hiebschaden durch dieses dreistrahlige Messer-Wurf-Discos-Dings, was die haben, was auf dich hochwirft. Das andere Ding fliegt an dir vorbei. Und er bleibt dort aber erstmal stehen. Und die hier hinten. Die Nummer eins läuft an Flint vorbei. Möchtest du einen Gelegenheitsangriff machen? Klar. Mit einer 19 zum Treffen. Trifft. Und das sind vier Schaden. Du schlägst einmal nach hinten aus, als er sich von dir löst und einfach losläuft. Läuft hier rüber. Und er stellt sich dann... Moment. Jetzt muss ich gucken. Er wird hier lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Läuft hier rüber. Und knackt in deine Richtung, Eleni. Unsere Beute. Und greift den Erdkoloss an. Von wegen du bist die Beute. Keine Ego-Probleme. Und ja, mit Vorteil. Sechs und vier gewürfelt. Und der zweite Angriff ist besser. Und rammt seine Stangenwaffe noch einmal hinein in die Seite des Erdkolosses. Und das Ding blutet jetzt auch schon mächtiger als zuvor. Kann sich nur noch schwer auf den Beinen halten. Das war der, der hier vorne ist noch dran und stellt sich jetzt hier zwischen und guckt dich grimmig an. Und dann macht Eleni einen Kares-Meitungswurf. Ich hab ne Frage dazu. Ist das Bezauberung? Hm. Ich frage nur wegen des Volkes. Hm. Hm. Oh. Ich würde sagen, ja. Dann bin ich im Fort. Mhm. Beim Rettungswurf. Ja. Okay. Fünfzehn. Okay. Ja, dann schaffst du's. Mal was. Mal was. Mal was. Mal was. Blick dich grimmig an und passiert nix. Dann bist du dran. Ja. Ich überlege noch. Ich hab... Das hab ich mir aber leider nicht aufgeschrieben, woraus der besteht. Ich habe noch so einen Wurfsperr im Inventar. Ist der nur aus Holz? Oder ist der? Das ist nur aus Holz. Also kein Metall dran. Hat auch eine Metallspitze. Ach. Kann auch eine spitze Holzspitze sein. Mhm. Okay. Nein, ich nehme meinen Bogen auf. Mhm. Das ist was? Eine freie Aktion. Ja. Komm doch fragen, was du mit dem Dolch machst. Den stecke ich weg. Der ist zu metallisch. Das wäre deine freie Aktion. Oh. Du kannst das eine fallen lassen und das andere aufheben. Ich will was machen, aber ich glaube, das ist total dumm. Ich möchte den Dolch hinlegen und ich möchte die metallenen Teile von meiner Rüstung ablegen. Okay, das wird... Meine Rüstungsklasse zu krass runterziehen, ne? Das wird deine Rüstungsklasse runterziehen und auch deine Aktion verbrauchen. Ja, aber wie viel zieht es meiner Rüstungsklasse ab? Ähm, du hast dann nur noch 10 plus Geschicklichkeit. Wäre schon dumm. Ja, okay. Ähm, trotzdem. Der Dolch kommt weg und ich würde gerne trotzdem den Bogen aufheben. Das heißt, du lässt ihn fallen. Mhm. Ähm, kannst die Hand nicht öffnen. Lass den Dolch in der Hand. Verhalte ich ihn halt in der Hand. Und äh... Weiß nicht, was ich machen soll. Versuchst du, was ich machen soll? Den fallen zu lassen, aber irgendwie wird sich deine Hand nicht öffnen. Ich habe einen Krampf in der Hand. Ähm, ja, keine Ahnung. Dann bewege ich mich nur. Ja. Und zwar... Zu Flint. Mhm. Du musst hier außen rum. Da kommst du nicht vorbei. Eins, zwei, drei, vier... Während ich an dem vorbeigehe immer recht... Ihr macht das schon? Was war das? Selbstverstörungsmodus. Ist das die da oben? Ja, ja. Okay. Äh, wo genau willst du hin? Äh, hinter Flint. So zum Eingang. Du kommst auf jeden Fall bis da. Genau. Oder hier, wenn du willst. Ja, und dann kann ich doch... Kann ich den Bonus... Ja, was macht das? Mit einer neun. Lustig. Ja. Okay, ich gehe weiter noch. Lustig, lustig. Lustig. Bleib da stehen einfach. Okay, dort. Ja. Gut. Das war's? Ja, und ich versuche noch den Dolch so... Was ist denn hier los? Scheiße. Mitresch. Seltsam. Ich wünschte mir, ich könnte fliegen und plötzlich wuchsen mir Flügel. Und ähm... Boah, nutze ich das doch. Und ähm... Gibt es hier ungefähr ein Feld, in dem der Große und einer der, genau, in einem 4,5 Radius sind? Ähm... Durchmesser? Oder was auch immer? Kegel. Kegel. Kegel von oben. Das Problem ist, dass die Höhle nicht hoch genug ist da. An der Stelle? Ja. Okay, verstehe. Du müsstest ja selber wahrscheinlich dann auch 4,5 hochfliegen. Das wird hier nicht möglich sein. Ja, da hast du recht. Okay. Dann ähm... Na, der hat seine Messer wahrscheinlich verbraucht, oder? Ich weiß nicht, wie viel hat der davon? Zwei weggeworfen, aber du siehst an seinem Gürtel noch welche. Ja, okay. Ähm... Egal, erstmal den Odem auf ihn. Okay. Hast du zwei Nutzungen davon, ne? Ah, wobei, nee, warte. Odem wäre eigentlich verschwendet. Ich nutze einfach meine Armbrust von da oben. Das kannst du auch machen. Ja, genau. Es kippelt. Jetzt kippelt es nicht mehr. Ja. Also... Ähm, ein äh... 23. Das trifft. Ja. Aber es wäre eigentlich eine gewürfelte 2 gewesen, oder was? Ja. Also es war gekippelt tatsächlich. Und dann hat er sich geärgert und dann was nach. Kann man nicht sagen. Im Verärgern. So, dann... Alle seine Wünsche gehen in Erfüllung. Ja. Alles funktioniert. Ja, dann siehst du mal. Medrasch kann einfach alles. Na dann... Dann, äh, haben wir hier einen Schaden von... Von... 8. Das ist der falsche Würfel. Was? Du hast nur mit einer Armbrust, ne? Ja. Oh, fuck, das war ein W10. Ja. Tut mir leid. Genau, war auch sehr ähnlich aus. Hä? Ach da, Tatsache. Och, Mann. Okay. Sorry. Äh, eine 7. Ja, immerhin. Auf, dann Green Rod. Sorry. Ja, alles gut. Okay. Ja, von oben hast du eine, doch eine angenehmere Position. Du musst kurz gucken, dass der Bolzen nicht runterfällt, als du die Armbrust so ein bisschen runter tiltest. Oh, schießt aber los und, ähm, hast ja eine richtig gute Position, um von da oben runter zu schießen und haust ihn das hier oben ins Schlüsselbein. Vom oberen Arm. Ja. Nimm das. Alles klar. Äh, und dann bleibst du da? Hm, kann ich mich so ein bisschen hier... Rein oder raus? ...hinter dem Bäumchen da? Kannst du rüberfliegen. Ja, so ein bisschen hinter der Baumkrone stehe. Ja, da kannst du rüberfliegen. Fliegst. Du stehst nicht. Genau. Da steht fliegt. Hoverer. Ja, gone. Jagdbeute, Jagdbeute, ich verstehe gar nichts mehr. Einfache Feuerblume. Lass eine Flamme in meiner Hand entstehen. Oder zwei. Oder eine größere. Das weiß man nicht mehr seit Stufe 5. Ähm, und greif, äh, den, das Käferli an. Käferli. Käferli. Warte, ich hab ja Vorteil. Wir nehmen mal die 15, das sind dann 22 zum Treffen. Das trifft. Sekündli. Wer hat's gefunden? Schweizerli. Äh, 10. Guck mal. 10 Schaden. Läuft doch. Auf das Koloss. Ähm, okay. Ja, sag ich so. Und das ist für dich, Eleni. Und wirke zweimal Balsam des Sommerhofes auf Elenis Wunden. Was dann bedeutet, dass aus meiner Hand so kleine Glühwürmchen rausfliegen und sich um deine ganzen Wunden legen. Oh. Das sind 6 geheilt plus 2 temporäre Trefferpunkte für dich. Dankeschön. Okay. Das Feuer aus der einen Hand rüber und die Glühwürmchen aus der anderen Hand auf die andere Seite. Guck mal, ich kann auch meine Arme fachschränken wie du. Dann bleib ich da, wo ich stehe. Mhm. Okay. Dann ist das kolossale Viech dran, was jetzt ein Kreen vor sich hat, sich rüberdreht und den angreift. Okay. Mutual 20. Und der zweite trifft leider nicht. Da wird ja auch schon einiges eingesteckt, die Nummer eins, ne? Okay. Das waren so viele. Wisst ihr ja nicht, wie das war. Das war ein bisschen was. Wie sieht es denn aus, Alex, wenn wir da hingucken? Der dritte noch. Die eins hier, der ist verletzt. Der ist verletzt. Und dann tritt er den noch. Gucken, ob er sich retten. Das ist eine Eins zum Retten. Das heißt, der wird getreten und fällt neben Perrin in die Höhle rein. Ich lege ihn mal nicht hin, weil dann geht die Mini kaputt. Aber er liegt. Wenn du das weißt. Merken wir uns. Und kriegt dann auch noch Schaden. Der ist mächtig verletzt. Herr, neben dir fällt dieser Green zu Boden. Und du erkennst, dass der auf seiner Stirn einen schwarzen Strich hat, der hier mit zwei Strichen noch zur Seite geht. Von der Farbe, die hier aufgemalt ist. Soll ich noch einen schwarzen Strich drauf machen, damit ein Mietzeichen kommt? Also, ich muss du wissen. Ich sag dir nur, was du siehst. Ich sehe zwei Striche und hier. Das sind genau zwei Striche so und dann ein Strich kreuz rüber. Y mit einem Strich noch. Ach, das ist das Peace-Zeichen. Habe ich das gehört, dass er Jagdbeute gesagt hat zu Eleni? Ja, Beute hast du auf jeden Fall gehört. Und dann hat er den Koloss angegriffen. Okay. Ich stehe auf, beuge mich über ihn und sage auf Sylvanisch, weil ich ja weiß, dass sie das so halb verstehen. Jetzt pass mal auf. Ich überlasse den euch, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Und wenn du ganz lieb bist und mir das versprichst auf deine Jagdbeutenehre, kriegst du noch diesen Heiltrank. Okay. Der am Boden liegende rührt sich nicht, scheint bewusstlos zu sein. Das ist aber so ein typischer Pirin-Moment, oder? Das ist aber so ein typischer Pirin-Moment, oder? Das ist so schön. Gut. Ich sehe das. Ja, Mist, ne? Und schieß auf den Koloss. Mit einer 23 zum Treffen. Ich frage nochmal, weil ich lieb bin, hätte ich einen Charisma-Rettungswurf machen müssen. Nein. Okay. Jetzt ist es durch für heute. Ich bringe es zu Ende. Äh, 14 Stichschaden. Achso, ich habe deinen Trefferwurf nicht mitgekriegt, aber hat wahrscheinlich... 23. Okay, ja. 14 Stich. Alles klar. Und dann schieße ich nochmal. Mit einer 27. Ja, trifft auch. Vorteil, ne? Ist geil. Ja, ist endgeil. Und dann nochmal 7 Stichschaden hinterher. Geht dann, beschreib doch mal. Ne! Oh! Ähm, also als erstes, ähm, ziehe ich natürlich voll auf seine Augen. Und mache den einen ins linke Auge, den anderen ins rechte Auge. Und dann, dann will ich, dass er eigentlich einfach zusammenklappt und rufe, meine Jagdbeute! Wow! Und fällt zu Boden. Klappt zusammen. So nach vorne. Auf die Seite. Und, äh, gucke aber trotzdem vorsichtig um die Ecke, was die anderen Queens so machen. Nachdem ich das geschrien habe. Alles klar. Der ist auf ihn gekippt. Flint ist dran. Ich habe vorhin einen Nahkampfangriff mit meinem Streitkolben gemacht, den ich auf mysteriöse Art und Weise per Machtfokus hier anscheinend wieder vom Boden aufgehoben habe, weil den habe ich nie aufgehoben. Das muss ich der Fehlernis halber mal sagen. Ähm. Es ist, es ist okay. Der ganze Kampf ist irgendwie wack gerade. Ja, toll! Es ist großartig. Es ist so viel. Ich habe alles gemacht, was ich wollte. Ich finde es super. Aber dafür bewege ich mich jetzt einfach nicht. Und hau einfach drauf. Ist das in Ordnung? Das ist okay. Gut dann. Rule of cool. Ja wunderbar. Hauptsache wir erzählen eine spannende Geschichte. Lernt er auch einfach ganz kurz. Ja. Ich, ich, lass uns in Ruhe. Man könnte daraus gerade lesen, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so fit bin. Ja, mit einer 20 zum Treffen nicht nett. Synthetische 20. Ja, drei Schaden. Drei Schaden auf. Du hast Vorteil, ne? Du könntest noch auf eine natürliche 20 würfeln. Ja, es ist wieder eine synthetische 20. Okay. Also das mit den Magneten funktioniert wirklich. Ja, es ist... Ja, aber nicht so gut. Ja, der ist aber auf jeden Fall auch schon ein bisschen verletzt. Die Rüstung schon ein bisschen aufgeschlagen hier durch mehrere Wunden, die er erleidet hat. Meine magische Waffe, ne meine Waffe des Glaubens könnte noch 4,5 Meter sich bewegen. Mhm. Schafft sie es bis zu ihm? Ja. Darf sie dann herangriffen? Ja. Dann greift sie ihn noch an. Mhm. Mit Vorteil. Peter. Peter. Einmal. Komm. Ich hab eine Eins und eine Zwei gewürfelt. Ich... Das sind zwölf. Ja, ja, ja. Warte, blöd. Trifft aber leider nicht. Boah. Die Waffe funktioniert für dich, ne? Die Wolke schwebt so vorsichtig rüber. Lässt so ein paar kleine Blitzfunken. Puff. Es regnet einfach. Pelor, verlass mich nicht! Ja, das war's für mich. Pelor ist immer noch bei mir drasch. Okay. Die Green sind dran. Der hier hinten macht einen Rettungswurf. Und der hier schaut sich schockiert um und läuft dann erstmal hier rüber. Willst du den hauen? Ja. Okay. Klar will ich den hauen. Mit ner 16. 16. Warte, stopp, ne 15, sorry. Ne, 16. Das ist ne 16, sorry. Ich kann nicht rechnen. Ähm, das trifft. Fünf. Äh, sieben. Entschuldigung, ich kann nicht mehr rechnen. Fünf, sieben. Also fünfundsiebzig. Yes. Oder siebenundsiebzig. Okay, haust dir nochmal in den Rücken und es ist dort eine... Deren Blut ist eher so gelblich, ähm, dickflüssig. Haben wir es jetzt hinten, äh, an seinem, ja, umgedrehten Oberschenkel. Die haben ja so Füße, die nach hinten, Beine, die nach hinten gehen. Ähm, da haust du rein und, ähm, lässt dort eine Wunde entstehen, wo auch etwas aufgerissen ist. Er rennt nach vorne und, ähm, guckt, äh, missgünstig in diesen Gang herein, wo Perrin steht. Und, ähm, lässt seine, äh, äh, der hat ja vier Arme. Lässt eine seiner Fernkampfwaffen fallen, die er unten in den unteren Armen hält. Ähm, und holt, ähm, einen Tonkrug heraus. Und, ähm, äh, äh, macht blaue Farbe auf seine Kralle und schmiert die auf den Erdkoloss drauf. Warte, blau war krass, ne? Auf die Stirn. Auf die Stirn des Erdkolosses. Stimmt, grün war er einfach. Blau war krass. Und guck grimmig in deine Richtung. Der hier draußen, der hält weiter Wache. Und, äh, Eleni ist dran, dann nach Mähdrasch. Lass die Kreen in Ruhe, die helft uns doch! Ich hab immer noch den Dolch in der Hand und kann nichts dagegen tun. Du kannst ihn zumindest nicht loslassen. Ich leg ihn auf den Boden und tritt drauf und versuch, so meine Hand zu lösen. Du legst... Also, ich leg... Legst ihn so auf den Boden und... Und versuch, da mit dem Fuß draufzusteppen und... Und tritt auf deine Finger, die unter dem Dolch sind, weil du nicht öffnen kannst, die Hand. Auf die Klinge, ja. Auf die Klinge, ja. Ja, das kannst du auch machen, ja. Das kannst du machen, aber du lässt ihn nicht los. Ich bin euch grad keine Hilfe! Ich hab... In welcher Hand? In der rechten. Aber mit links bin ich bestimmt auch super... Du kannst doch aus Interesse mal... Den hier hält... Den hier retten, den Kreen. Welchen? Der, wo Perrin steht. Der, der zufällig ohnmächtig ist. Der ist ohnmächtig, hab ich festgestellt. Du hast nur gesehen, dass der liegt. Ganz ohne peinlichen Monolog. Ja, ja. Ja, das ist das einzige, was ich tun kann. Tu was. Ich geh rüber zu dem, zu Perrin. Die haben unsere Pferde getötet. Und meine Hitpoints sind bei... Naja. Du kommst leider nicht ganz ran. Du kommst nur bis da. Mit deiner Bewegungsaktion. Bleib ich da still und guck den Bewusstlosen an, was sag ich gut. Was ist hier los? Medrasch ist dran, danach komm. Du hast nicht mitbekommen, was da drin los ist. Ja. Ich rufe in die Höhle rein. Lebt ihr noch? Weil sonst würde ich mich aus dem Staub machen. Und äh... Wind, du bist der Erste, der das wirklich hört und versteht. Ja, also... Es ist... Der... Der Große ist tot, aber die anderen... Nicht wirklich. Okay, das reicht. Sechs Sekunden. Ja. Aber eine Aktion darf ich noch machen. Darf jetzt noch agieren. Die hat er nicht aufgebraucht. Darf mal agieren. Okay. Äh, dann... Ja, schieß dich weiter mit der A-Brust auf den Typen da. Okay. Du bist so ein Arsch, der macht dir nichts. Äh, mit Nachteil bitte. Weil ich vor dem Baum stehe? Nein, weil er ausweicht. Das weiß er jetzt schon. Er hat nichts gemacht. Er hat in seinem Zug sich darauf vorbereitet, angegriffen zu werden. Ach so, okay. Na gut. Also ja. Das weiß ich jetzt schon. Ja. Tu es, tu es. Geil. Ausgerechnet die Eins. Ja. Dann, ähm... Ja. Dreht er sich zur Seite, dass er den Arm, wo es los schießt. Landet im... Im Felsboden. Bist du damit fertig? Ja. Gone ist dran. Tja ha. Tja ha. Ach. Du musst nicht mehr lange leiden, Flint. Äh... Mach du sowas nicht? Äh... Der kriegt jetzt erstmal zwei Balsam des Sommerhofes. Also auch dich ereilen die. Süßen kleinen Glühsäumchen, ne? Das ist eine Same. Ich balsame es echt. Ich balsame es echt. Balsame ich... Und rufe zu Eleni rüber. Äh... Hilf dem doch jetzt nicht noch. Die haben uns angegriffen. Äh... Ein fache Feuerblume auf den Kree, der vor dem Kadaver da liegt. Genau. Mit Vorteil. Absolut. Der hat ja noch hier Dingsibumsi, nicht? Mhm. Mhm. Ja, das ist auch ganz gut. Ich kenn das Gefühl. Das ist ganz doof. Ich hab noch eine Inspiration übrig. Mhm. Ne, Mick. Ah! Äh... 19. Dann triffst du. Na, komm mal sehen, was hier passiert. Sekunde. Zehn. Zehn Feuerschaden auf die Nummer zwei. Zehn. Okay. Der sieht auch nicht mehr so fit aus dort. Der stützt sich auf dem Kopf des Erdkolosses ab, wo er gerade den blauen Strich über die Stirn gezogen hat. Und kriegt dann noch das Feuer nach hinten. Äh... Von hinten hinein. Äh... Perrin ist dran. Ey. Ich wollte noch... Noch mehr. Hab ich noch 1,5 Sekunden zum Reden? Ja, bitte. Wo ist eigentlich Medrash hin? Fertig. Hahaha. Okay. Perrin ist dran. Ähm... Ich lauf auf den Kreen zu. Den? Ja. Ja. Wird gern in drei Metern Abstand von ihm stehen, bleibe ich direkt. Und sprech ihn an. Ich seh ja, dass er noch steht. Ähm... Und richte meine Armbrust auf ihn und sag... Sonst noch was? Oder... Hat sich die Sache jetzt erledigt? Und zeig so auf uns zwei und halte meine Aktion und warte auf das, was er sagt. Er knackt auf Sylvanisch zurück. Ihr fliehen. Beute. Unser. Die sind bescheuert, die Viecher. Ihr fliehen. Beute. Unser. Weil wir geflohen sind, ist die Beute. Ich... Ich... Ich weiß nicht, was er mir sagen will. Also... Also guck ich ihn nur verwirrt an und halte meine Aktion. Äh... Und wenn er irgendwen angreift, würde ich schießen. Okay. Gut. Dann ist Flint drin. Der dreht draußen seine Runden. Noch als Antwort. Schön. Hey, hey! Stehen bleiben und läuft ihm hinterher, der da so... Auf Nahkampf? Auf Nahkampf. Und er liegt ja, ne? Nee, er sitzt, er hockt. Ja. Hab ich ja bestimmt nochmal mehr Vorteil, als ich sowieso schon wollte. Du haust drauf, ja? Bitte? Ich hau drauf, ja. Okay, mit Vorteil. Keiner will wissen, was hier los ist außer mir. Du entkommst mir nicht. Ich hab die nicht einmal angegriffen. Mit einer, äh... 22 zu treffen. Fünf. Fünf. Das reicht. Außerdem, während er noch so hockt, in den Rücken, wo er gerade Feuer bekommen hat und noch etwas glimmt. Und er hört seinen Knacken seiner... Seines Exoskeletts dort hinten. Und er knickt so zur Seite um unter dem unteren Armpaar und fällt dort zu Boden. Ich leg den nicht hin, weil dann ist die Mini kaputt. Das will ich nicht. So. Und... Guck nach oben und guck mir diese kleine Gewitterwolke über mir an. Die andere... Man, Flint, wie soll ich denn jetzt mit dem reden? Wir reden nicht mit denen. Ähm... Und... Machen nix. Okay. Machen nix mehr. Dann sind die Kreen dran. Und er hier hinten schaut in die Höhle, schaut symmetrisch hoch. Und, ähm... Seine Gestalt beginnt zu verschwimmen, als wäre er in einer, ähm... Ja, für dich wirkt es so, als wäre er in einer... Wäre es die Spiegelung auf einem... Auf einer Wasseroberfläche von ihm. Und er wird so wackelig und verschwommen. Und läuft dann in die Richtung. An der... An der Felswand vorbei. Und... Weiter in die... In die Richtung. Weg. Äh... Du kannst ihn noch sehen. Zumindest das verschwommene Bild. Aber der läuft weg. Äh... Eleni ist dran. Der ist immer noch bewusstlos, ne? Die liegen beide am Boden und tun nix. Ich geh zu dem vor mir. Ja. Und guck mir das Zeichen an, ob ich damit irgendwas anfangen kann auf seinem Gesicht. Äh... Gib mir mal einen Intelligenzwurf. Geil. Wo ist denn meine Intelligenz? Wer hat denn vorhin angegeben, wie intelligent der ist? 20! 25! Ich weiß voll was das ist bestimmt. Was? 25 mit Intelligenz? Und hier... Ach ne... Rettungswurf hab ich geguckt. Ne... Ganz normale Intelligenz. Äh... Die ist da. Ja okay, dann zwei nur. 22. Aber ich hab trotzdem natürlich... Ähm... Die Greenen, gegen die ihr gekämpft hattet... Die hatten das nicht. Die hatten einen roten Strich. Einen einzelnen. Und der ist schwarz und... Der hat schwarz mit einer Kreuzung. Mehr weiß ich nicht. Mehr kennst du nicht. Interessant. Ah... Ah... Ich ähm... Die kenn ich gar nicht. Doof. Aber der ist... Der ist... Umgekippt, weil das Vieh ihn umgehauen hat. So war das. Der ist gar nicht... Rettungs... Müllmäßig unterwegs oder so. Ich weiß auch nicht mehr. Der liegt doch... Der ist weggestoßen worden. Ich ähm... Ich spritz dem Wasser ins Gesicht mit meinem Trinkschlauch. Mhm. Und sag... Hey! Wie geht's dir? Keine Reaktion. Dann versuche ich ihn noch hochzuziehen. Mehr kann ich nicht machen, ne? Mehr... Mehr möglich. Was soll das... Also... Hochhelfen irgendwie. Aufrichten, ja... Okay. Ja, das bewegt sie nicht. Das ist bewusstlos. Wir müssen die befragen! Bringt sie nicht um! Mehr mach ich nicht. Okay. Metrasch? Ähm... Ich fliege in die Höhle rein. Ich muss auch gar nicht weit oben fliegen. Die Decke reicht mir. Hauptsache sie sehen, dass ich immer noch fliege. Okay. Das wäre deine erste Bewegungsaktion. Dann musst du ein bisschen runter. Willst du deine Aktionen benutzen, um weiter zu fliegen? Ja... Ähm... Wenn ich kann. Kannst du ja. Du bleibst so auf der Höhe. Ja. Dann kommst du bis dahin. Dann kommst du aber noch zwei weitere, wenn du willst. Was ist denn hier passiert? Das ist hellbar. Nein! Ist umgekippt. Ich wollte ihn nur umdrehen. Ja. Was ist denn hier passiert? Ja. Fragst du. Willst du jemand antworten? Was ist denn mit dir passiert? Gut. Ja. Ich glaube... Ich denke wir können aus dem Kampf raus. Der ist abgehauen. Hier ist kein Feind mehr da. Können ganz normal agieren. Also ich drehe mich umschwitzend vor dem... Vor dem... Vor dem... Gorn, kannst du nicht noch mal einen wenigstens auferstehen lassen? Ich weiß nicht... Erstmal gehe ich zu Flint. Flint. Ich hole gerade aus, um nochmal drauf zu hören. Ernsthaft? Hm. Auf den Cream? Ja. Okay. Ich versuche... In dem Moment, ich habe ja meine Aktion noch versucht... Dann bleiben wir in der Initiative. Gorn zuerst. Ich renne hinter Flint, um Hand aufzulegen. Ja. Um Hand aufzulegen? Ne bitte hinter den Umhang. Da ist eine Wohl... Aber ja, darfst du. Ich gucke halt. Die hat mich nicht beeindruckt bisher. Ja. Sorry. Lege die Hand auf und sage... Du kennst das ja. Heile, heile, kleiner Froschpopo. Und du kriegst... Neun geheilt. Dankeschön. Neun geheilt. Neun geheilt. Neun geheilt. Und dann bestehe ich darauf, dass ich unter Medra stehe. Das kannst du tun. Einfach so. Das kannst du. Um ihm unter den Rocktrock zu gucken. Vielleicht interessiert mich das ja mal. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Richtig. Sind wir nicht noch in der Initiative? Ja, das ist richtig. Deswegen ist Perrin dran. Gott sei Dank. Ähm... Mal schauen, wie lange du das durchhältst. Flint holt aus. Flint, ich sehe, dass er ausholt schon. Hä? Offensichtlich, er will das so. Okay. So eine Gegenbewegung eigentlich. Ich ähm... Renne hin. Und... Schubs ihn um. Also Flint. Okay. Mal einen... Athletikwurf. Und du Athletik oder Akrobatik? Äh... 13. Und ruft dabei... Tacklest ihn quasi. Ich brauche Informationen. Wie viel? 12. 13. Nice. Du tacklest ihn um, läufst nach vorne und rammst ihn um. Und ihr fallt beide zu oben. Genau. Und versuche dann auch seinen Streitkolbenarm festzuhalten. Und sagt... Bitte... Ganz ruhig jetzt. Was ist denn los mit ihr? Äh... Diese Viecher haben uns gejagt. Wir... Wir können die doch nicht einfach im Leben lassen. Die haben mich viel mehr gejagt. Gon, kannst du vielleicht einen... einen heilen oder so? Warum denn heilen? Zum Befragen! Gon, schnell! Ich heile ihn, aber ihr müsst ihn fesseln. Ähm... Ich fessel ihn, während er ihn heilt. Okay. Äh... Und mal einen Fingerfertigkeitswurf. Habe ich mein... Habe ich mein Seil? Ich hab... Sicherlich habe ich noch mein Seil. Warum steht das hier nicht? Vielleicht habe ich kein Seil mehr. Doch, ich hab's noch. Hahahaha... Äh... Fingerfertigkeit. Ja. Zwölf. Okay. Ich heile ihn aber nur ganz schwach mit heilendes Wort. Eines Wort hört er nicht. Ach, richtig. Dann muss ich Hand auflegen. Das wäre so lustig, wenn's nicht klappt. Er ist alleine. Jetzt hört mal auf euch ins Hemd zu machen. Zwei noch. Na, ob der andere aufsteht. Ich lege die Hand auf den Schittin-Panzer auf. Äh... Oh Gott, das kriegt der auch neuen geheilt. Ja, sehr gut. Äh... Heile, heile, kleiner Frosch-Pupo. Äh... So das gelbe, eklige Zeug ist ja überall über ihn verstreut. Und lauf dann aber wieder zurück, weil... Da fühle ich mich sicher. Okay. Laufs da rüber, läufs wieder unter Mähdrasch. Die beiden liegen am Boden. Kann ich irgendwie noch Flint hochhelfen wenigstens, oder? Ne, die... Der hat ihn ja getackelt. Die sind im Schwitzkasten quasi. Eben, wie kannst du den fesseln, wenn du da getackelt bist? Stimmt, ja. Dann stehst du wieder auf. Macht ja keinen Sinn. Wir sind ja jetzt raus aus der Initiative nach diesem Ding. Ja. Darf ich wenigstens an seinem Bein noch so halb hängen? Okay. Ich möchte auch hingehen und sagen... Wir müssen... Perrin hat recht, wir müssen sie befragen. Ist euch nicht aufgefallen, dass sie ein anderes Zeichen haben? Ahhhh... Der andere? Habe ich ihn gefesselt? Ja. Gut. Alles gut. Okay. Dann... Öffnet langsam die Augen. Guckt euch vorsichtig an. Geht in so eine verteidigende Haltung, wo ihr am Boden liegt. Ich guck erstmal, ob er einen Heiltrank bei sich hat für seinen Kollegen. Nö, dann... Was willst du denn alle jetzt hochheilen? Ich quatsch mit dem. Auf Sylvanisch. Mhm. Ob ihr das versteht, ist mir egal. Ähm... Und... Tja... Was wollt ihr hier? Was wollt ihr von uns? Ihr... Klaut... Beute. Äh... Kennst du... Einen Green-Clan mit roten Strichen hier oben? Hm... Rotes Pack. Böse. Äh... Was hat er gesagt? Er sagt, dass die mit dem roten Strich böse sind. Ach nein, sag bloß. Ja. Ähm... Ich sprech wieder zum Green. Äh... Pass auf. Äh... Wenn ich dich jetzt loslasse... Greifst du uns dann an? Ihr nicht. Beute. Nein, ich... Ich bin ganz harmlos. Er zeigt... Er kann nicht zeigen. Aber er guckt rüber zu dem... Zu dem Koloss. Beute. Ich sag so... Ich hab die erlegt. Ich... Markiert. Ich geh rüber und pinkel den Koloss an. Perrin, was machst du da? Öffnest deine Hose... Und guckt ihn an und sagt, ich hab den markiert. Dann pinkelst du auf die Markierung? Ja. Perrin, muss das sein? Ich zuerst. Pass auf. Ich lass dich frei. Bist du immer noch nackt? Nein, ich war nie nackt. Ach so. Wie gehst du... Wie gehst du auf die Toiletten? Wie gehst du die erstmal ganz aus? Aber... Hast du nicht gesagt, du hast die Hose weggeworfen? Nein. Hast du das gesagt? Ich hab nur gesagt, dass du die aufmachst. Ach so. Ich hab irgendwie verstanden, wie hast du... Du brauchst immer so lange erstmal komplett ausziehen. Nur so kann man richtig aufs Klo gehen. Das kommt aus der Kindheit. Wie Butters bei bei Salsmark. Nein. Okay. Nachdem ich das markiert habe... Um mal kurz hier Alpha-Moment loszuwerden. Okay. Ähm... Ich lass dich jetzt los. Und du kannst dann deinem Freund helfen. Und ähm... Dann erzählst du mir alles über den roten Clan. Weil die sind unsere Feinde. Du gibst mir... Beute... Dann... Einverstanden. Einen feuchten Froschkötel werden wir tun. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du weißt ja gar nicht, was er mit dem ausspricht. Ach so. Du siehst nur, wie ich jetzt hingehe und äh... Dann seh ich doch, wie du ihn losmachen willst. Du sprichst vielleicht sylvanisch. Ne, tu ich mir nicht. Oh, schade. Stimmt. Aber ich kann ja sehen, dass er ihn losmacht. Ich... Ich finde das aber umso witziger, wenn du das sagst. Obwohl du das nicht verstehst. Und mach seine... Will seine... Will zumindest mal seine... Seine Fesseln. Ne, geh ich hin. Halt ihn auf. Perrin, was habt ihr besprochen? Ähm... Ich überlasse ihm sozusagen die Beute. Und dann verrät er mir alles, was er über den roten Clan weiß. Und lässt uns in Frieden. Wiederhole, was ich gesagt habe. Einen feuchten Froschkötel werden wir tun. Du hast doch... Wir lassen die doch nicht los. Gon. Vertrau mir. Also die Beute will ich eh nicht mehr, nachdem Perrin draufgepinkelt hat. Sag ihm, dass wir ihn umbringen, wenn er uns nicht Informationen gibt. Vertrau mir. Und Perrin löst die Fesseln? Ja. Ne, dann versuche ich ihn aufzuhalten, bevor er sie löst. Okay. Das muss ich würfeln. Wie nah steht der denn an mir dran? Ich löse die Fesseln. Naja, da bin ich halt rüber gerannt. Ja, auf den Moment, wo du das machen wolltest... Der hat vier Arme. Die hast du natürlich gut verschnürt. Ähm... Die hast du das gleiche wie vorher in Athletik und du darfst Athletik oder Akrobatik benutzen. Ha, ha, ha. Gon ist wahrscheinlich nicht so schick, ne? Ich hab ne 20 gewürfelt. Ich hab ne 1 gewürfelt. Oh, 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 oh. Also das wäre ne 24 bei mir. Du legst deine Hände so auf Perrins Schulter und versuchst sie so ein bisschen zu ziehen, aber er stößt dich nur weg und öffnet die Fesseln. Und ich rufe nach hinten. Mann, vertrau mir jetzt einfach. Das wird schon. Keine Sorge. Was soll der denn tun? Er ist alleine, wir sind zu fünft. Und dann spreche ich zu ihm. Komm, wenn du willst, kannst du deinem Freund helfen. Oder gucken, ob du ihm noch helfen kannst. Ich kurz an. Guck die anderen an. Stapf dann rüber zu dem. Stapf dann rüber zum Koloss. Versuch den zu ziehen. Ich leg meine Hand auf den Koloss sozusagen, um dagegen zu drücken und sag, erst sagst du mir alles, was du über den roten Clan weißt. Kring, Jäger, rotes Pack, sind Verstoßene. Besessen. Von was sind sie besessen? Oder von wem? Kopf vernebelt. Weißt du, weißt du von was? Oder? Abgewendet. Anderes Gebiet. Du? Wo ist denn? Weißt du, wo ihr Gebiet ist? Rotes Pack. Weiter Norden. Aber überall. Okay. Hauptquartier im Norden. Sonst überall. Gibt's noch was, was ihr fragen wollt? Was habt ihr denn überhaupt besprochen? Absolut richtig. Die Krieger mit dem roten Zeichen sind anscheinend ausgestoßen und ihr Kopf ist benebelt und sie werden vielleicht kontrolliert. Ich weiß es nicht genau. Es ist schwer, die Kommunikation so zu führen. Ich gebe Schritt für Schritt mit dem Typen mit. Und die haben ihr Gebiet eigentlich weiter im Norden, aber ansonsten sind sie anscheinend überall. Aber wahrscheinlich ist ihr Dorf oder ihr, was auch immer sie haben, weiter nördlich von hier. Ich habe keine Fragen, aber sag ihnen, dass es mir leid tut, dass sie angegriffen wurden von uns. Während Perrin so erzählt... Oh, leugnet es. Einmal umgekehrt. Klassischer Medras. Klassischer Medras. Laufe ich in die Höhle, in der der Koloss vorher war. Es ist unfassbar dunkel da hinten. Dann mache ich mir Licht. Okay. Wie denn? Mit einer Fackel, die ich bestimmt dabei habe. Ja, ich habe so eine Fackel. Hast du? Nein, eigentlich nicht. Aber können wir nicht sagen, dass ich eine Fackel habe? Dann... Kann ich es ja... Ach komm, das ist doch so ein einfacher... Also, das werde ich ja wohl noch hinkriegen, dass ich... Ähm... Ich meine, eine Kastenspielerei reicht doch eigentlich. Ja. Kannst du ein paar Funken machen. Ja. Ja, mache ich. Dann holst du deinen Zauberstab raus. Das sind nur so kleine Blitze, als würdest du so ein Feuerzeug anmachen. Aber es geht nicht an. Also, das beleuchtet kaum was. Ach komm, also... Irgendwas werde ich ja wohl auf der Akadememie gelernt haben. Ja, aber darum geht es ja nicht mehr. Okay, dann rufe ich... Kann mir vielleicht jemand Licht machen? Nur wenn du die bitte sagst. Bitte, Leni. Ich gebe ihm eine Fackel. Danke. Ich guck mal, was da hinten in der Höhle war. Zündest du sie auch an? Aber ich habe immer noch die eine Hand nur, oder? Ja. Du hast immer noch ein Messer in der Hand. Kann ich das nicht wegpacken? Geht nicht in der Höhle, ne? Du lässt es nicht los. Ja, okay. Ich verstehe. Ich brauche Hilfe beim Anzünden. Für mich dich. Also, ich halte die Fackel in der Hand. Kann jemand die Fackel... Einfache Feuerblume. Danke. Und dann gebe ich dir die Fackel. Danke schön. Ich guck mal nach. Und äh... Okay, du verschwindest in den Gang. Was machen die anderen? Ich versuche immer noch diesen Dolch von meiner Hand zu entfernen. Ich seh mir das mal an, was Eleni da versucht. Warum sie nicht die Fackel... Eleni, was ist los? Nichts. Der Dolch ist vollkommen in Ordnung und cool. Nicht, wie ihr alle gedacht habt, der wäre böse oder so? Zeig mal her. Ich zeig ihm meine Hand. Darf ich mal? Ja. Und greife nach ihrer Hand und... Will die öffnen? Wenn die jetzt zusammenklebt, lache ich mich tot. Eleni, du musst ihn loslassen. Ich kann nicht. Kann nicht. Habt ihr die erste Folge Moon Knight gesehen? Nein. Nein. Kein Spoiler jetzt hier. Es ist kein großer Spoiler. Aber er hat das Quest-Item in der Hand und will es ihm geben, aber kann es nicht. Ich kann sie nicht öffnen. Was heißt, du kannst sie nicht öffnen? Ich dachte, es liegt am Monster, aber dann ist es umgefallen und ich konnte sie immer noch nicht öffnen. Ich krieg meine Finger nicht auseinander. Ich versuche natürlich noch nicht, aber mit mehr Kraft dran zu ziehen. Nix. Au. Perrin? Ich bin voll auf im Gespräch mit dem... Der ist hier schon mit dem Koloss rausgezogen. Nein. Ich lauf die ganze Zeit neben dem her. Ja. Ist okay. Und halb Smalltalk. Vielleicht liegt das schon in der Höhne. Gut, dann lass uns erst mal rausgehen. Medrash! Was ist dann los? Was denn? Kommst du bitte? Lass mich erst mal nachgucken, was hier hinten ist. Was hier hinten ist. Zwei Minuten. Und keine Länge. Okay. Bei dem Dachschaden. Absolut. Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen sagen zu dem Kerl. Dann tu das. Ähm. Ähm. Also. Die Roten sind auch meine Feinde. Und wie du siehst, kann ich eine große Hilfe sein. Also. Als du sagst, dass die Roten auch deine Feinde sind, lässt er den Koloss fallen. Guck in Richtung. Was. Du. Mit. Rotem Pack. Ich verschränke die Arme. Gehe einen Schritt weg von ihm. Und. Sag. Ich bin ihre Beute. Ja. Ja. Greift mit dem unteren Arm an seinen Gürtel, wo er eine von seinen Wurfwaffen hat. Ja. Ja. Von den Roten. Du siehst, was ich mit dem gemacht hab. Gib mal einen Wurf auf einschüchtern. Kann ich nicht. Äh. Ja, doch. Ist hinter dem großen Koloss, aber ja. Siebzehn. Okay. Wertvoll. Allerdings. Lässt seine Hand aber wieder los und guckt wieder zu seinem Koloss rüber und fängt an, den wieder zu ziehen. Perrin, was war das? Lass mich in Ruhe. Ähm. Sag ich. Sag Perrin. Ich quatsch gerade noch. Wieso würdest du für die Roten jagen? Wertvolle Beute. Tausch. Schutz. Hast du Angst vor den Roten? Hm. Weißt du, wo ihr Hauptquartier, ihr Lager ist? Im Norden. Das ist es. Aber weißt du genaueres? Norden. Mhm. Cool. Äh. Hehehe. Hehehe. Rein theoretisch. Stell dir eine Welt vor, in der du keine Angst mehr vor den Roten haben müsstest. Weil es sie nicht mehr gibt, weil wir vielleicht den Nebel aus ihren Köpfen gemacht haben. Oder weil sie tot sind. Wie klingt das für dich? Hm. Du. Klein. Schwach. Ich zeig auf den Koloss und sagst, wie nennst du mich? Zeig auf die, auf die nasse, blaue Stirn. Hehehe. Beute. Und zeigt dann auf sich. Ich hab sie dir gegeben, aber hier ist keiner, den du verarschen musst. Ich hab den getötet. Wer schwarzes Pack nur jagt. Kein Interesse. Sag ihm, dass er uns den Koloss abkaufen kann, wenn er will. Ich hab ihm den schon gegeben. Ja, ich aber nicht. Dann musst du es ihm selber sagen. Hehehe. Guckst du dir rüber? Wie hast du meine Mutter gerade genannt? Hehehe. Hehehe. Nein, Spaß. Okay. Das war gut, war gut. Ich gehe rüber zum Koloss und mit meiner Sichel versuche ich einen von den Fingern Klauen irgendwas abzuschneiden, was wir den Tabaxi potenziell zeigen könnten. Die Klauen, die der hat. Die sind so Metallen. Die sind aus Metallen. Die bestehen aus so einem rostigen, kupfernen und ja auch silbernen. Fühler, Auge. Fühler, klar. Irgendwas, was so ein bisschen an den erinnert. Ein Fühler hängt sowieso so ein bisschen schlaff runter, weil da ein Bolzen und ein Pfeil drin hängt. Perfekt. Schneide ich ab den Bolzen, nehme ich auch mit. Ähm. Bitte mach dein Ding. Ähm. Bitte mach dein Ding. Ähm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir, drei Möglichkeiten. Entweder wir machen einfach einen, wir lassen uns gegenseitig in Ruhe und respektieren uns auspackt. Oder du schlägst das alles aus und wenn wir uns wiedersehen, mache ich mit dir, was ich mit dem Koloss gemacht habe. Ja, es ist deine Beute, aber wir wissen beide, was passiert ist. Oder, und das würde ich präferieren, wir arbeiten zusammen. Wenn das rote Pack euch Ärger macht, arbeiten wir zusammen gegen das rote Pack. Und andersrum, helft ihr mir vielleicht, wenn ich das rote Pack angreife irgendwann? Wir nicht Beute, was denkt, rotes Pack verwirrt, Tradition umgangen. Ah, okay. Okay. Angebot. Interessant. Welches von den dreien? Wo dein Lager? Kurz vor Halbschimmer. Wir bereden dich finden. Alles klar. Schönen Tag. Perrin ist mein Name. Und halt ihm eine Hand hin. Guck dich fragend an. Äh, das macht man bei uns. Man besiegelt einen Pakt mit einem Handschlag. Man stellt sich vor, dass man weiß, wen man gegenüber hat und wen man kennt. Wer? Geschenk. Der holt seine Waffe raus und reicht sie rüber. Die Wurfwaffe. Dann gebe ich ihm meine Machete. Okay. Und überreiche ihm eine Machete. Okay. Dann hast du jetzt eine Schatzka. Natürlich. Da ich weiß, wie das heißt, nenne ich das jetzt einfach Schatzka. Censer Heinrich Anton Theodor Cäsar Heinrich. Ich habe es anders geschrieben, aber es ist ja auch egal. Schatzka. Schatzka. Ja. Ich habe es lautmalerisch auch. Tschechisches Nationalgericht. Ja. Gut. Und er bekommt? Eine Machete. Machete. Krrrr. Krrrr. Ein Wort, was ihr dann auch verstanden habt, weil er das nachgesprochen hat. Perrin? Und wie heißt du? Kruss. Kruss. Alles klar, Kruss. Dann freue ich mich auf eure Nachricht. Kruss. Das rote Pack wird. Boah. Und. Ne? Tschüss. Aber der ist noch eine Weile da. Aber ich gehe jetzt wieder zu den anderen. Wie habe ich gesagt? Kruss? Kruss. Kruss vom schwarzen Pack. Geil. Ich mache Allianzen. Kruss. Ich ziehe das hier nach hinten. Leute, das hat sich sowas von gelohnt. Das will ich hoffen. Ich auch. Ich gehöre da gar nicht hin. Gucke immer noch auf meine Hand. Und bevor ich das jetzt alles nochmal wiedergebe, erzähle ich denen sozusagen einfach, was gerade passiert ist. Das ist in Ordnung. Oder? Wie geil ist das denn? Kruss? Kruss. Kruss. Ja. Wie Kruss, nur mit U. Glaube ich. Und was zählt ein Wort von Kruss? Naja. Er hat sich an alles gehalten, was hier jetzt passiert ist. Auf mehr kann ich nicht hoffen. Es gibt auch bei uns Menschen verschiedene Städte, verschiedene Lager. Ich muss darauf vertrauen, dass die einen die anderen nicht mögen. Deinen Worten Pilos Ohr. Gut, gehen wir vielleicht erstmal nach draußen. Medrash! Ja, was möchtest du da hinten so in der Höhle tun? Ich möchte nach den Überresten von Jade Stein gucken. Jade Auge. Jade Auge, tschuldigung. Das ist ja Medrash. Heute ist nicht mein Tag. Du kommst ja jetzt in diese Vorhöhle, wo auch eine weitere, also erstmal im Gang liegt natürlich eine Tabaxi-Leiche, hat aber keine grünen Augen. Ja. Das ist die nächste Höhle, da ist auch eine halb zerteilte Tabaxi-Leiche, auch ohne grüne Augen. Und in der hintersten Höhle, hinter einer größeren Säule, findest du dann letztlich ein etwas älteres Katzenwesen mit grünen Augen auch tot. Äh, das muss wohl Jade Auge sein. Ähm, ich gucke, ob ich irgendetwas mitnehmen kann als Beweis, damit die wissen. Rüppchen. Du siehst neben dem, äh, Kopf von Jade Auge. Ruf mal einen Wurf auf Nacht. Ich bin mitgebracht. Er ist tot. Oh Mann. Es ist kein Kopfgate. Ähm. Vierzehn. Vierzehn. Und du untersuchst diesen Körper, der dort liegt. Ähm, daneben liegen, seltsam für diese Höhle, ein paar Kräuter, die wahrscheinlich draußen gesammelt worden sind. Die liegen da einfach ein bisschen verstreut vor dem, vor dem Bauch von Jade Auge. Ähm, und, ähm, siehst aber keinerlei Taschen oder irgendwas, was der dabei hat bei sich. Wie viel ist denn, äh, von Jade Auge noch übrig? Der ganze Körper, aber der, die Bauchhöhle ist geöffnet und es fehlen einige der üblichen Teile, die da sonst so drin sind. Das ist kein schöner Anblick. Ähm, ich frag die Hand an und nimm den ganzen Körper einfach. Okay. Und, äh, komm wieder zurück. Oh Gott, deswegen. Ja. Was machst du, Eleni, noch? Muss ich mir jetzt die Hand abschlagen? Nein, du musst hier nicht die Hand abschlagen. Komm her, komm ins Licht. Komm ins Licht. Ja, was ist im Licht? Okay, ihr geht ins Licht heraus. Ich versuch nochmal zu ziehen. Ich versuch nochmal... Wo willst du genau ziehen? Ich versuche von unten quasi diesen... Also, es ist ein Dolch, der wie... Der hat einen Griff, ne? Ja, genau, der hat einen Griff. Wie so ein Rapier, auch so eine Farrierstange, also so einen Korb hat. Ja. Und vorne dann halt den Klingenpart, alles aus einem massiven Stück im Teil. Ach du meine Güte. Ich versuche von unten zu ziehen quasi, um das quasi an einer Seite eine Art Hebel zu haben oder so, um es rauszuziehen. Ein Stärkewurf. Aber reiß bitte nicht die Hand ab. Wir schaffen das. Ja, elf. Du kriegst keine wirkliche Möglichkeit, das aufzuziehen und, ähm, du versuchst es loszulassen, ähm, und es zieht unfassbar stark an deinen Fingern. Und du merkst, dass es auch wehtut da, wo die, wo die, der, 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 mit deinem Griff in die Finger sich reingräbt, aber du kannst den nicht öffnen. Warte, 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 warte. Eleni, ähm, ich weiß nicht, ob's klappt, aber ich lege meine Hand auf und wirke Magie-Bahn. Uh. Damn. Magie-Bahn. Wenn's über dritter Grad ist, Zauber, dann muss ich einen... SG-10 plus die Stufe des Zaubers gegenwürfeln. Das ist ja spannend. Okay, ähm, was, wie, wie wirkst du das? Was passiert da? Beschreib mal. Ich lege die Hand auf, auf die zusammengekniffene Faust, die sie macht, um den Griff. Und flüstere ganz leise, ich hebe dich auf. Während ich das flüstere, kommen aus meinem Mund so grüne, wie die Glühpunkte, die auch bei einem Balsam kommen, und legen sich so in die Hand und ziehen so in die Hand ein von ihr. Das ist alles, was man sehen kann von außen. Okay, die Punkte ziehen ein, gehen durch die Haut herein, ähm, und, ähm, sind dann nicht mehr zu sehen. Du merkst keine Veränderung. Eleni. Ja, sie muss ab. Nein, 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 Eleni, hast du... Hast du mein Gebetsbuch noch? Ja. Ich brauch das jetzt. Drei, zwei, zwei, drei. Okay. Nicht weglaufen, okay? Und ich, ähm, setze mich an den alten Baum da und, ähm, studiere sehr tief und blättere sehr wild in meinem Gebetsbuch. Ich geh trotzdem weg. In die Höhle. Weil da ist mein Bogen noch. Ja. Und wo mein Bogen mit der linken Hand. Okay, ja. Gehst du wieder raus? Ja, ich geh wieder raus. Ja, du holst den Bogen. Dann kannst du mir helfen, den Bogen wieder richtig... Und häng ihn dir so um. Danke. Schöne Haare. Danke. Meine Mutter hatte recht. Mit den Haaren? Nein, ich, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich steh auch daneben. Was hat deine Mutter gesagt? Nein, das hab ich mir ausgedacht. Das heißt du, deine Mutter war nett oder du kennst sie nicht? Warum geht's um meine Mutter? Aber es ist mit meiner Hand. Du hast deine Mutter angesprochen. Ich hab nur laut geredet gedacht. Ich... Kann dir nicht wirklich helfen, aber... Ich schütte da Wasser drüber. Ich versuch alles Mögliche einfach. Wasser bringt nichts. Ich... Nehm den Dolch. Und schneid mir ganz leicht in die andere Hand. Okay. Ähm... Dann mach mal Schaden. Oder... Also du willst es... Also du willst es nicht... Nein, ich will nur reinritten. Dann machst du einen Trefferpunkt. Brauchst nicht würfeln. Ähm... Ja, du machst ja einen Trefferpunkt schaden. Mehr nicht. Ich krieg das auch nicht wieder. Weil das so... Ewiger Kreis. Nein, ist verloren. Jetzt wisch ich mir die Tränen weg und hab dann hier mein Blut. Boah! Boah! Und ich nehm irgendwelche Fetzen, die ich sicherlich irgendwo hab und verbind mal die Hand. Die andere, ja. Die blutige. Medrash kommt aus dem Gang raus mit einem toten Tabaxi in den Armen. Ja... Freunde, was machen wir denn mit Jade-Auge? Äh... Bäh? Medrash hat sie so... In den Armen hier, Oberkörper, da so die Beine und ihr seht, dass... Auch so ein bisschen was von den Gedärmen raushängt und zerteilt ist in der Bauchgegend. Begraben? Vielleicht sollten wir denen Bescheid sagen, dass hier so einige Tabaxi-Leichen liegen. Dann können sie sie bestatten. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Jetzt noch tote Kätzchen. Doch, Eleni. Es ist doch alles okay. Wir haben doch die Gefahr für sie gebannt und... Das mit dem Dolch ist doof. Guckt mal, was ich machen kann! Und schieb einmal so meine Hand durch... Ich wirke Nebelwolke. Ich wirke in dem Moment, wo ich das sehe, Nebelwolke. Ja, ist okay. Gucken alle rüber und... Siehst du, diese blutigen Krallen, die da so von unten durchkommen, plötzlich... Der Höhenbereich komplett vernebelt. Aber ich war das nicht. Nicht, dass ihr das sagt. Ja, also das war vorher schon so. Da kommt eine Stimme aus dem Nebel raus. Flint. Ich habe lange, sehr lange in meinem Gebetsbuch gesucht. Ich habe sehr lange Pelor angerufen, bis er abgehoben hat. Und rufe von draußen jetzt rein in die Höhle. Eleni! Ich bin schon wieder draußen. Willst du wieder draußen? Ach, da bist du ja. Setz dich zu mir, setz dich zu mir. Ähm... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber es kann funktionieren. Aber du musst mir versprechen, wenn das jetzt funktioniert, dass du diesen Dolch nie wieder in die Hand nimmst. Schaffst du das? Ja. Versprichst du es mir? Guck mich nicht so an. Ja. Eleni, du musst es mir versprechen. Ich verspreche es dir. Wenn du mir auch was versprichst. Bitte. Was denn? Du musst mir vertrauen. Wenn ich dir sage, hör auf, Gegner anzugreifen, habe ich einen Grund. Und ich will, dass du auf mich hörst. Ich war nur nicht ganz bei Sinnen. Wir haben gekämpft. Wir waren mitten im Kampf. Das war... Mach einfach. Du vertraust mir. Ich vertraue dir, Eleni. Okay. Ich, ähm... nehme meine Hände und umfasse ihre Hand mit dem Dolch darin. Und, ähm... schließe die Augen. Und, ähm... sage... Morgen, Vater. Erlöse sie von dem, was sie verflucht. Und wirke Fluchbrechen. Hast du ihn vorbereitet? Na ja, ich habe jetzt gerade ewig lang gebetet. Wenn du den am Morgen vorbereitet hast, dann... So lange dauert das? Aber ich kann... Warte. Kannst du? Oh, das Geräusch. Wenn er dann eine gewisse Zeit was macht, kann er einen austauschen, ja. Ja. Muss zehn Minuten dafür ein Gebet sein. Deswegen habe ich die ganze Zeit so, hallo, wann bin ich bereit? Ähm... Warte. Ähm... B-b-b-b-bam... Du kannst nach jeder langen Rast ändern, soweit ich weiß. Für mich beobachtet. Die Kamera zeigt doch... Richtig toll schon die ganze Zeit. Die zeigt auch auf dich. Haar. Also, ähm... Wäre zum ersten Mal für mich diese Info. Bei Vorbereiten und Wirken von Zaubern heißt es nur, du kannst nach jeder langen Rast... Also, eine neue Report... Das ist gebunden an die lange Rast. Ja. Leider ja. Echt? Ja, ja. Aber eine lange Rast ist doch eh immer lang. Warum steht dann auch noch, dass ich eine Minute mindestens im Gebet... Also, das verstehe ich nicht. Ich finde das auch bescheuert. Während der langen Rast? Nein, das machst du nach der langen Rast. Am neuen Morgen. Aber wir lassen das immer weg, weil es dumm ist. Dass du dich dann zehn Minuten oder neun Minuten, je nach Liste, hinsetzt. Weil wir einfach annehmen, dass das in der langen Rast passiert. Es macht... Und, ähm... Deine Hand fängt an kurz zu leuchten und... Sorry. Es passiert nichts. Aber danke für den Versuch. Vielleicht können wir die Tabaxi helfen. Oder wir schlagen meine Hand ab. Wir schlagen deine Hand nicht ab. Fängt das eigentlich an, noch mehr weh zu tun oder ist es gleichbleibend okay? Okay. Aber vielleicht hältst du die Hand hinterm Rücken nicht, dass die Tabaxi denken, dass wir sie angreifen wollen. Ja. Das ist die Klinge übrigens unten, ne? Du wolltest sie ja so angreifen. Während das alles passiert, kümmere ich mich um die anderen Tabaxi-Leichen und möchte sie möglichst irgendwie mittig, nähe des Eingangs platzieren. Okay. Gehst zurück durch den Nebel. Der ist noch da. Der ist noch da. Äh, genau. Hast die eine abgelegt, holst die anderen beiden dorthin und legst die dort ab. Ja. Wollen wir dann zurückgehen? Und den Tabaxi Bescheid geben? Ich hab... Pack dann jetzt endlich mal das Zeug aus, das ich von der... Ich hab die ganzen Blumen, die sie gesammelt haben, eingesammelt, dass sie wenigstens das haben. Ich weiß nicht, im... Gone? Ich glaub mit Blumen und so. Vielleicht magst du es ihnen übergeben. Ich würde das gerne einstecken. Ich hab mir bereits selbst vor der Höhle, als du das erste Mal losgestunnt bist, ganz viele Kräuter abgeschnecht haben. Ich dachte nur, dass vielleicht du oder Flint das übergeben, weil... Aber es ist vielleicht ganz gut. Ich guck mir die Kräuter gern mal an und versuch sie zu identifizieren. Okay. Du nimmst die Tasche rüber und schaust hinein. Gib ihm alles, was ich von den Tabaxi. Das sind die Kräuter, die auch vor der Höhle waren. Aber, was du zusätzlich in diesem Beutelchen, in dieser Tasche findest, ist ein metallischer Gegenstand, rund, mit einer recht glänzenden metallenen Oberfläche, ein goldenes Pentagramm, gold umrandet, mit einem grünen metallenen Hintergrund. Ungefähr so groß, faustgroß. Guckt mal, das ist genauso groß wie die Öffnung in dem Stein, bei dem wir vorhin waren. Komisch. Ich geb das Perrin und identifiziere trotzdem die Kräuter weiter. Das ist, glaube ich, sehr praktisch. Ich steck's mal ein. Ich bin so lustig gefunden, wenn ich das hinterher nicht geschmissen hätte. So ein, guckst du so. Naja, kein Kräuter. Soll ich? Willst du überhaupt, dass ich will? Mach mal. Das ist Naturkunde. 15. Okay. Dein geschulter Blick verrät dir, dass dort drei verschiedene Arten Kräuter drin sind. Und zwei von denen eignen sich wunderbar für Kräutertee. Ach. Das hatten wir doch schon mal bei den Tabaksee. Was, Kräutertee? Ja, da waren zwei dabei, die sich für Kräutertee eignen, ja. Und das andere ist ein Kraut, dem du sogar eine heilende Wirkung zuweisen würdest. Wenn man das so ein bisschen klein macht und ein bisschen verquetscht, ein bisschen malt, dann könnte man das auch als Salbe für Wunden benutzen. Ach, ich Idiot. Ich dachte, ich finde irgendwas Neues, aber... Naja, immerhin haben wir das goldene Ding. Ja. Genau. Wir haben echt viel geschafft jetzt in der Höhle. Ich glaube, ich habe einen Pakt mit Kreen geschlossen. Ich glaube, das war alles in einem, ein ziemlich verrückter Tag bisher. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Tabaksee, die traurige Neuigkeit bringen. Vielleicht... Flint, du, du konntest dich ja mit denen unterhalten. Währenddessen lege ich die letzte Leiche an. So, dann gehen wir mal zurück ins Dorf. Hast du die Leiche noch im Arm? Die liegen alle am Arm. Die habe ich alle da. Auch die von Yadda Auge? Alle drei liegen da, ja. Okay. Draußen lag auch noch eine, glaube ich. Dann schleppe ich die da auch noch an. Dann ab ins Dorf. Ab ins Dorf. Ich stehe da, ich gehe nicht mit, weil ich so geistesabwesend stehe. Nimm mir Lainey von unten an der Hand. Von welcher? Na, an der, die ich verbunden habe auch. Ja. Na komm. Ja. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht hat Flint morgen ja irgendwie eine neue Eingebung. Ich weiß nicht, wie das bei ihm funktioniert. Ich anscheinend auch nicht. Ja. Was ist denn los? Lainey kann den Dolch nicht mehr loslassen. Weil er verflucht ist? Vielleicht bin ich verflucht. Nein. Pass mal auf. Nimm so meine Krallen und versuch sie irgendwie. Kratz, kratz. Ich stoße die Krallen weg und sage ihm, das Einzige, was verflucht ist, ist, dass du eine verflucht gute Bogenschützin bist und sagst, lass das jetzt. Ja. Hättest ja recht. Aber nicht mit links. Kann man alles üben. Und ansonsten zeige ich dir, wie man mit einer Armbrust schießt. Dann brauchst du nur eine Hand für. Ich tappe auf ihre Schultern und sage, ich werde zu Pelor für dich beten. Und dann gucke ich Flint an. So zu zwinkern. Ja. Ja. Auf geht's. Und schreitet weiter runter und macht die halbstündige ungefähr Reise runter zum Tabaxi-Dorf, was wir in der nächsten Folge dann enden. Das ist ein chaotischer Kampf, aber Kampf ist ja auch manchmal chaotisch. Da war auch viel los. Ich fand ihn gar nicht so chaotisch. Doch, man muss dann so viel denken. Also, ich habe halt auch vieles schleifen lassen, aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Dafür hast du ja uns. Sonst wären wir jetzt tot. Ich dachte, dass wir alle mit einem guten Gefühl hier rauskommen. Genau. Geht so, ne? Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr dazugehört und zugeschaut habt. Und wir freuen uns, wenn ihr unten was reinschreibt. Jetzt darfst du winken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.